Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 238, dem Spitzenprodukt aus der Grüße-Manufaktur. Mein Name ist René, außerdem mit dabei der Obergrüß August, der Herr Basti. Der zweite Grüße-August, der Herr Marvin und der Sparfuchs-Dennis. Ja, servus, hallo. Wie auch immer du zum Sparfuchs kommst, aber gut. Ja, das weißt du. So, wir wollen mal wieder über Fußball reden. Wir haben ja diese Länderspielpause genutzt, um uns ein bisschen zu erholen und reden jetzt dann doch wieder über die Eintracht, weil, also zumindest meine Erkenntnis ist, nach wie vor Länderspiele ist irgendwie nix für mich. Da war dieses Spiel gegen Bremen, was wir wieder wunderbar über die Ziellinie gebracht haben. Ja. Der Anfang war so ein bisschen schwierig. Also Bremen ist dann doch schon mit diesem Herrn Kohfeldt da so ein bisschen anders da in das Ding gegangen und wir haben uns da so ein bisschen schwer getan, oder? Boah, wir haben uns natürlich schon ein bisschen schwer getan, aber das hängt auch ein bisschen schon damit zusammen, dass natürlich die Bremer erstmal so spielerische gesucht haben, haben natürlich irgendwie schon versucht, jetzt irgendwie einen spielerischen Weg in diese Partie zu finden, haben natürlich aber auch gewusst, dass sie sich wieder neu anbieten mussten. Jeder der Spieler hat ja jetzt auch immer weniger Ausreden, schlechte Leistungen abzuliefern. Das ist natürlich auch immer, das ist ja der einzige Effekt, den es bei so einem Trainerwechsel geben kann. Irgendwann, du kannst immer sagen, ja, Trainertaktik hier und da, aber irgendwann musst du halt auch mal liefern und da hat man schon gemerkt, dass der ein oder andere Bremer präsent war. Die Aufstellung war auch ein bisschen anders, war wesentlich kompakter, es war nicht mehr, bei den Bremern war nicht mehr die Dreier, die wackelige Dreierabwehr, sondern du hast hinten relativ stabil eigentlich gestanden und bist von da einigermaßen akzeptabel in die Offensive gekommen. Da waren ja auch Leute wie Eggestein, die wesentlich bessere Spiele gemacht haben, als sie noch in den Partien zuvor und ja, da war es nicht ganz so einfach. Zumal sie ja auch relativ hoch gestanden haben und früh auch ins Presschen gegangen sind, was du ja sonst in den Spielen davor jetzt auch nicht gesehen hast. Das war ja vorher schon so ein bisschen, hatte sich das ja angedeutet nach dem Kohfeldt, der schon gesagt hat, er will irgendwie, die Mannschaft muss irgendwie aggressiver ins Spiel gehen. Das haben sie ja durchaus gemacht. Trotzdem hat es für ein Tor nicht gereicht, dann das erste Tor im Spiel haben wir gemacht in der, was war es, 24. Minute, glaube ich? Nö, der 17. Minute. Der 17., genau, stimmt, 24. war das andere Ding. In der 17. mit Rebic, der das Ding da ja mal so einwandfrei da in den Winkel schlenzt, also das war ja sowas von geil anzusehen. Das war schon wieder schön, ja. Qualität gezeigt, sehr gut. Er ist schon ein Magier, hat schon einen schönen Fuß, muss man echt mal sagen. Also wie er das Ding, der hat es ja nicht reingezimmert, der hat es ja in aller Sorgfalt hineingepflegt, um es mal so zu sagen. Das war schon ein richtig schönes Ausrufezeichen und bestätigt den Aufwärtstrend von Rebic in den letzten Wochen. Ja, also man muss aber auch sagen, da war Bremen halt aber auch selbst dran schuld. Also so viel Platz kannst du einem Stürmer da halt auch einfach nicht lassen. Also da war ja auf zehn Meter Abstand war da ja keiner dran. Ja, da hast du gemerkt, dass es so, wie du auch schon richtig gesagt hast, diese Motivation, Marvin, da bin ich auch voll bei dir. So dieser Trainereffekt, die Spieler wollen sich anbieten und so weiter. Also grundlegende Probleme, die Bremen, aber trotzdem hat sich da auch wieder offen gezeigt. Also haben ja auch genug Löcher und Lücken gelassen für uns. Und gerade diese sträfliche Missachtung von Rebic war definitiv für uns natürlich genial. Und Rebic ist halt momentan wirklich in der Form, dass man sagen muss, wenn er die Situation bekommt, dass er entsprechend so abziehen kann, dann macht er auch momentan die Buden. Also ist schon klasse. Genau, wobei man ja dazu sagen muss, der Fehler von Bremen hat ja eigentlich noch viel früher angefangen, nachdem sie eben nach diesem Pressing den Ball so absolut dilettantisch da im Mittelfeld verlieren und Wilhelms einfach dann ja auch mit der Übersicht den Ball dann darüber spielt. Gerade Wilhelms mit seiner Übersicht ist ja auch in den Spielen davor ja schon extrem aufgefallen. Also der hat einfach halt auch einen Blick für den Mitspieler, für das Feld, sieht die Lücken und der spielt halt auch im richtigen Moment ab. Also das ist ein extrem wichtiger Mann geworden. Das zeigt sich immer mehr. Kein Widerspruch meinerseits. Ja. Basti, möchtest du widersprechen? Sehr gut. War kurz weg. Ich habe jetzt nicht genau mitgekriegt, wo ich war. Aber bei Wilhelms bin ich dabei. Bei Wilhelms bin ich dabei. Geiler Spieler. Der hat auch so eine Ruhe irgendwie. Also du hast das Gefühl, er lässt sich durch nichts aus Ruhe bringen. Da stehen irgendwie zwei Gegenspieler vor und dann guckt er den an und macht irgendwie. Aber der gefällt mir sehr, sehr gut. Ich glaube, wenn der sich so weiterentwickelt, weil man darf auch nicht vergessen, der ist auch erst jetzt hier zehn Spiele da oder so. Also das darf ich mir bei vielen nicht vergessen. Und was ich noch mitgekriegt habe, dass er Dennis Rebic erwähnt hat, den will ich auch nochmal erwähnen. Ich auch. Weil der ist schon gut drauf. Den hast du schon erwähnt, Marvin. Der ist sehr, sehr, sehr gut drauf gerade. Und was er Dennis gesagt hat, der macht halt jetzt die Buden. Und das macht ihn zu einem Stürmer, der eigentlich zu gut für die Antwort ist, wenn er das macht. Weil ich glaube, das ist, dass er immer daran gehabt hat, dass er die Einstellung nicht hatte. Und dann ist er mit Trainern, die jetzt nicht unbedingt so drauf eingehen, wie Kovac das macht, ist er, glaube ich, immer gescheitert deswegen. Weil wenn du einen Coach hast, keine Ahnung, wie Rangnick zum, hat er, glaube ich, als Coach mal gehabt, da kannst du dir nicht so viel erlauben vielleicht. Beziehungsweise hat er dann nicht so eine Bindung zu dem Trainer. Und dann bist du ganz schnell weg. Und dann bist du in Italien, einer von 40 Spielern, die dann alle verliehen werden. Jetzt hat er das Vertrauen und dann zeigt er auch, was er kann. Und meine Hoffnung ist, dass er das selber weiß. Und dann deswegen auch jetzt nicht auf die Idee kommt, zu sagen, okay, ich bin jetzt wieder in der Nationalmannschaft berufen worden, ich fahre zur WM. Und ich habe jetzt schon wieder Wechselgedanken. Ich hoffe, dass er aus seiner Vergangenheit gelernt hat, weil dann kann es ein Spieler werden, der uns echt die nächsten Jahre viel Freude bereitet. Weil der Marvin und ich haben schon, als er verpflichtet wurde, gesagt, das ist eigentlich ein richtig geiler Kicker. Und langsam zeigt er, es hat echt lange gedauert. Er ist auch, glaube ich, ein schwieriger Charakter, was Motivation betrifft. Also der lässt sich nicht gerne was sagen. Das hast du ja an den Jubeln gesehen. Weil ich glaube, diesen Quark-Quark-Jubel hat er wieder gemacht, gell? Ja, ja. Ja, hat er wieder gemacht, ja. Das macht er zu seinem Markenzeichen. Solange er es so lustig macht, habe ich auch kein Problem damit, ehrlich gesagt. Man kann auch so Kritiker gerne mal grüßen. Nicht nur wir dürfen Leute grüßen, auch Rebbit schafft das. Ich bin sehr begeistert, weil eine Hoffnung eingetreten ist. Einer von uns hat es in der Saisonvorschau-Folge, glaube ich, auch gesagt, dass unsere Hoffnung ist, dass Rebbit und Aller dieses Sturm-Duo sein kann, was wir brauchen. Einmal dieser wendige, schnelle Spieler und ein Turm vorne. Die beiden passen eigentlich, was das betrifft, perfekt zusammen und sind gleichzeitig in überragender Form. Wir kommen ja auf Aller wahrscheinlich noch zu sprechen. Und ich feiere das krass, deswegen kann ich auch über die Sachen hinwegsehen, die ihr auch angesprochen habt, dass Bremen uns so ein bisschen überrascht hat. Die haben das Mittelfeld echt dicht gemacht. Die hatten, glaube ich, drei zentrale Mittelfeldspieler so auf der Sechser-Position. Da ist uns nicht viel eingefallen. Das hast du gemerkt, das wussten wir ja auch. Das war auch meine Angst, dass Bremen quasi sich die Spiele von Augsburg und Wolfsburg angeguckt hat. Und in den ersten Halbzahlen habe ich gedacht, oh je. Dann haben wir dieses Tor von Rebbit. Mensch, habe ich gedacht, das ist genau dieses Glück, von dem ich immer rede, dieser X-Faktor zu sagen, wenn so ein Spiel mal ist, dann hast du halt so ein Tor und plötzlich steht es 1-0 und keiner interessiert es, warum. Was mich richtig abgefuckt hat, war dieses Gurkentor von Bremen. Das war ja grausam. Über 500 Minuten, kein Tor geschossen und dann so ein Ding. Also sorry, da war ich echt sauer. Also ganz ehrlich, da treten 25 Leute an diesem Ball dran vorbei und keiner kriegt das Ding weg und dann rollt er quasi von allein da rein. Ja eben, die wissen selber das nicht. Und das können die sich nicht auf die Fahne schreiben. Das war so ein bisschen verkehrte Welt, weil es ja eigentlich trotzdem unterm Strich verdient war. Aber was ich am allergeilsten finde, um das jetzt kurz einzuleiten, wenn wir schon in die zweite Halbzeit dürfen, wie Eintracht in der zweiten Halbzeit abgegangen ist, überragend, ehrlich gesagt. Ja, definitiv. Ich will aber nochmal ganz kurz, weil wir machen jetzt schon gewisse Sprünge, was ja vollkommen logisch ist, aber ich will nochmal ganz kurz auf Rebbit zu sprechen kommen. Und zwar in Aspekte, was sie jetzt irgendwie eingefügt hat. Wir sind hier jetzt natürlich in einer gewissen Situation, die schwieriger ist, als man zunächst gedacht hat. Denn natürlich müssen wir bei Rebbit noch den gesamten Saisonverlauf abwarten. Aber er wurde de facto, er sollte eigentlich gekauft werden. Das hat aus verschiedenen Nachlässigkeitsgründen seitens der Frankfurt Eintracht nicht geklappt und ist jetzt ja nur ausgeliehen. Das heißt, seine Position wird spätestens im Sommer nochmal neu aufgerollt. Und das ist halt leider ein bisschen ärgerlich. Mit einer Kaufoption, Marvin? Ich weiß nicht, ob 100%ige Kaufoption besteht. Wenn, dann sollte die auf alle Fälle gezogen werden. Momentan bin ich mir dementsprechend nicht sicher. Wenn die Kaufoption besteht, würde ich sie aktuell jetzt schon ziehen. Weil der Junge, oder gut, dann hast du ja die Verpflichtenden. Okay, dann sind wir einigermaßen aus dem Schneider. Wenn das aber nicht der Fall ist, kann das ganz schnell sein, dass uns im Sommer auch wieder einen Abgang erwartet. Ja, davor habe ich auch ein bisschen Angst. Weil ich weiß gar nicht, wie so Modalitäten immer bei diesen Kaufoptionen sind. Weil du musst ja theoretisch dann auch mit ihm nochmal neu verhandeln. Also das ist genau, was Marvin sagt. Hätten wir den jetzt gekauft für drei Jahre, dann wären wir safe. Und dann hätten wir gucken können. Aber das ist ja genau, im Sommer werden die Karten neu gemacht. Wir wissen alle nicht, wie die Ausstiegs-, wie die Klausel ist. Bei der Eintracht weiß man das eh nie. Weil selbst wenn die was kommunizieren, weiß man nicht, ob das stimmt. Thema Zambrano. Da weiß man ja dann am Ende nicht, ob es stimmt. Und dann musst du mit ihm. Und ich habe ja angesprochen, der ist schon jemand, der sich nicht gerne was sagen lässt. Ich kann mir bei ihm auch vorstellen, dass er ein Spieler ist, der will dann echt viel Asche haben. Weil er sagt, ja Leute, schaut mal an. Ich habe zehn Tore gemacht, ich bin Nationalspieler. Ich habe eine geile WM gespielt. Lass euch mal was einfallen. Also das kann ich mir schon vorstellen. Dein Fan ist schade. Aber gut, da will ich mich jetzt auch noch gar nicht mit beschäftigen. Ich kenne sie die Zeit. Ich bin ein großer Fan. Ja, genau. Aber man muss es mal im Hinterkopf behalten. Ja, habe ich auch. Habt ihr völlig recht, Marvin, ja. Aber jetzt geht es weiter. Basti hat es angesprochen. Zweite Halbzeit Frankfurt der Eintracht. Ja, erstmal war ja Ende erster Halbzeit. Da kam ja Bremen wieder so ein bisschen ins Spiel. Da muss man ja auch sagen, da begann dann ja auch so ein bisschen diese große Radecki-Show. Der hat er ja ein Ding nach dem anderen da irgendwie rausgehauen, krakenmäßig, wie er sich da irgendwie in den Ball reinwirft. Also da waren ja wieder so ein paar Rettungsdinger dabei, wo ich dachte, wenn wir den nicht hätten, da hätten wir jetzt hier aber schon die Bude voll. Tut gut auch zu sehen, dass er diesen ganzen Trouble scheinbar jetzt, am Anfang hat es ihn, glaube ich, ein bisschen mitgenommen. Da hast du auch so ein paar Unsicherheiten bei ihm gesehen. Aber jetzt ist er, glaube ich, wieder voll da. Und ich habe auch, es ist auch kein Thema mehr irgendwie neben dem Platz, so dass die Leute irgendwie ihn auspfeifen oder so. Ich finde es ganz gut, dass dieses Thema sich erledigt hat. Er wieder über, der René hat es angesprochen, das kann auch ganz schnell 3-1 für Bremen stehen. Also in 1-zu-1-Situationen ist Rodetzki auf jeden Fall unter den Top-3-Torhütern in der Bundesliga, ehrlich gesagt. Also der ist nicht so breit und der baut sich nicht vor dir auf wie so ein Neuer. Ja, aber der hat irgendwie antizipiert, er ist immer so gut, obwohl er so dünn ist, klärt er so viele Alleingänge auf sich. Das ist schon eine sehr, sehr überragende Qualität, die er da hat, die uns echt oft hilft und jetzt Gott sei Dank wieder wahrscheinlich konstanter. Aber es war auch wichtig. Ganz ehrlich, es war für mich wichtig zu sehen, dass Rodetzki wieder wach ist. Das hört sich jetzt blöd an, aber in den letzten Spielen war das öfter mal so ein bisschen mitgespielt. Aber das Ausrufezeichen hat dir gefehlt und das war jetzt so wichtig, das mal wieder zu sehen. Und auch ihn wieder mehr im Fokus zu haben. Deswegen nervt mich jetzt aktuell wieder eine erneut aufgerollte Debatte, in der es eigentlich nichts Neues gibt. Da bin ich heute aufgerollt. Eben, da habe ich mir auch gedacht, wenn du liest den Artikel, da steht gar nichts Neues drin. Ja, er gibt ein Zeichen, Scheißdreck, der hat einfach nur auf eine Frage geantwortet. Die dann auch wieder so ein bisschen aus dem Kontext heraus gestellt ist. Also ich meine, wenn du einen Bundesligaspieler in so einer Länderspiele irgendwie eine Frage stellst und er antwortet, wie war die Folge von wegen irgendwie was oder die Antwort irgendwas von wegen Tapetenwechsel. Ja mein Gott, die hatten zwei Tage frei, der kann sich mal was anderes angucken, der ist mit der Nationalmannschaft vielleicht dann auch unterwegs. Natürlich ist das mal was anderes, um ihn da halt auch wieder so rauszuholen. Und diese Antwort dann da irgendwie wieder so total aus dem Kontext rauszuziehen, da schwillt mir der Kamm. Also ganz ehrlich. Ja, ich fand es wie gesagt einfach grundsätzlich unnötig. Deswegen wollte ich das jetzt nochmal ansprechen, weil es auch keinen Erkenntnisgewinn gab. Da stelle ich mir manchmal die Frage, warum wir uns mit solchen Themen überhaupt befassen müssen, wenn wir de facto nichts Neues haben. Das geht auch anders. Genau, und dann zweite Halbzeit begann die große Eintracht-Show. Wir haben wesentlich mehr Druck gemacht und was mir da besonders aufgefallen ist, waren so diese zwei Dinger. Einmal Wolf, der das Ding da mit so einem Dropkick nimmt und irgendwie nur so haarscharf das Ding am Pfosten vorbeizimmert. Und dann Boateng nach der Hereingabe von, ich glaube es war auch wieder Willems. Also ganz ehrlich, das Ding nicht zu machen, das war doppelt so schwer wie das Ding einfach über die Linie zu schieben. Stimmt, ja. Also den hätte er machen müssen. Das ist korrekt, ja. Da gab es noch zwei, drei Situationen. Gacinovic hatte, glaube ich, auch so wieder eine, wo er so ein typischer Gacinovic wieder war, der in ausschließlichen Positionen immer die, oft eine Sekunde zu spät reagiert und oder die falsche Entscheidung trifft. Aber nichtsdestotrotz muss man unterm Strich wieder bei der zweiten Halbzeit konstatieren. Das war eine überragende Reaktion, weil ich immer noch darauf hinweise, dass wir nicht vergessen sollten, dass die Eintracht früher eine Mannschaft war, die sich genau von solchen Spielen. Und wir haben es ja vor dem Spiel gesagt, da haben wir alle gesagt, toll, müssen wir jetzt den Trainer wechseln. Aufbau gegen Eintracht. Und dann läuft das auch so. Dann kriegst du dieses blöde 1-1 und es war die Täter, dass es Mannschaft mal Eintracht gegeben hätte, die sich genau dann, hätten die sich wieder so einlullen lassen. Aber nein, die kamen ganz anders aus der Kabine. Ich habe gedacht, was ist denn jetzt passiert? Und wurden dann am Ende, hatten dann Pech und wurden am Ende belohnt. Und im Endeffekt fand ich den Sieg verdient. Gerade nach diesem 1-1. Ich meine, dann hast du Bremen, die irgendwie seit 500 irgendwas Minuten kein Tor mehr geschossen haben und dann schießen sie ausgerechnet gegen die Eintracht ein Tor. Das war für mich der Moment, wo ich dachte, von wegen wunderbar, die Diva ist wieder da. Wir spielen wieder Aufbaugegner für jeden Lümmel in der Liga. Ja, also von daher, die Variante, sich dann da halt wirklich einfach reinzubeißen und dann irgendwie dieses Ding da zu machen, das war schon die Eintracht, die man da eigentlich sehen will. Ja. Zeigt halt auch, dass sie hellwach sind. Das ist das Schöne. Diese Stärke, die wir ja aktuell haben, ist in den letzten Minuten die Spiele doch noch zu unseren Gunsten zu drehen. Da sagen jetzt viele, ja, ach, na haben wir Glück und warum spielen sie nicht vorher und was ist da los? Ich muss sagen, ja klar hat es auch was mit Glück zu tun, aber du merkst auch, die Mannschaft ist hellwach und drückt bis zum Ende auf ihre Chancen, auf die Siegchance und belohnt sich dann auch und im Moment läuft es. Das ist eine geile Sache und du solltest einfach auch versuchen, du versuchst ja immer ein Image vielleicht ja auch aufzubauen jetzt wieder, dass die Gegner denken, oh, in den letzten Minuten jetzt rappelt es gleich und dann passiert selbst erfüllende Prophezeiung, wie man ja immer so schön sagt. Es ist so was, normalerweise reden wir uns nämlich immer nur schlecht. Ach, jetzt haben wir wieder und ich weiß noch in der Saison, wo man immer in der, ich weiß gar nicht, 86. Minute, danke schön, haben wir immer das Gegentor bekommen und es war tatsächlich so, wie als wäre es wirklich ein Fluch und diesen Fluch musst du jetzt umdrücken und musst sagen, ja, die Eintracht ist in den letzten fünf Minuten auch immer für ein Tor gut und das vielleicht klappt es und wir spielen noch ein paar Spiele erfolgreich durch eben solche späten Siegtreffer und das wäre doch wirklich geil. Da müssen wir einfach das auch mal zu unseren Gunsten ausnutzen. Das muss man ganz klar sagen. Also wir haben wesentlich mehr Tore mittlerweile in der zweiten Halbzeit geschossen und auch sehr, sehr viele Tore, gerade so in der letzten Viertelstunde. Also da haben wir halt wirklich diese ganze Geschichte einmal komplett umgedreht und haben das jetzt für uns genutzt. Was man an der Stelle natürlich nicht vergessen darf, dass so eine Mannschaft auch aus so einer Halbzeitpause mit einer ganz anderen Einstellung rauskommt, liegt auch zum großen Teil meiner Meinung nach daran an dem Trainer, der es einfach auch schafft, in der Halbzeit die richtigen Worte zu finden und dass du vielleicht auch den einen oder anderen Charakter an der Mannschaft hast, der eben auch an der Lage ist, eben für die nötige Motivation und den nötigen Antrieb zu sorgen. Ja, ja, da ist auf jeden Fall einen richtigen Stellenstraum gedreht worden und man hat auch den Mut nicht verloren, denn, was ich mal ganz kurz hier festhalten will, ist die Tatsache, dass Bremen, wie ich das ja auch schon angedeutet habe, im Defensivverbund ja gar nicht so schlecht war. Und wenn ich mir den Pavlenka, den ich vor der Saison überhaupt nicht so im Fokus hatte, wenn ich mir den Torhüter der Bremen anschaue, dann muss ich sagen, der hat ein gutes Spiel gegen die Frankfurter Eintracht gemacht. Der hat zwar zwei Buden kassiert. Solide, auf jeden Fall. Ja, der hat aber ein ums andere Mal auch die, also, ja, wie soll ich sagen, wichtige Sachen verhindert. Am Ende war es halt dann trotzdem so, dass es nicht komplett ging, aber Pavlenka war ein guter Torhüter, der die Eintracht ums andere Mal auch mit Kopf, ja, zerbrechen, beschäftigt hat, um es jetzt mal so zu formulieren. Aber am Ende war die Eintracht einfach nochmal da und das war halt ein unfassbares Glücksmoment. Das ist genau das, was wir wieder brauchen, um eine Stimmung zu kreieren, wo wir sagen, geil, jetzt kommen wir langsam, jetzt kommt dieser Motor langsam, jetzt kommt die Eintracht langsam in diese Saison und es war richtig gut mit dem Ding, erneut, kurz vor Schluss und erneut, Sebastian Allaire, was für ein Ding. Erstmal die wunderbare Flanke von Tavata reingespielt und Allaire verwandelt das. Total genial. Das finde ich brutal geil. Also allein wieder das, klar, Tavata mit der Übersicht und auch wieder da, wieder klar der Fehler von Bremen, dem Kerl halt einfach Platz zu lassen, wenn du doch weißt, dass du da vorne diese gefährlichen Spieler hast und dann ein Allaire, der da quasi hochsteigt und das Ding quasi, als wenn er in der Luft laufen würde, da dann über die Linie tritt. Also das war sowas von grandios. Ja, passiv. Sie haben gesehen, die Szene, wie die Bremen-Spieler sich gegenseitig in Allaire immer übergeben haben über drei Stationen. Der eine hat auf den einen gezeigt, hier übernimm den. Dann hat der auf den gezeigt wurde, auf den anderen gezeigt, hier übernimm du den. Und am Ende stand er ganz alleine da. Also das war schon auch ein bisschen Suff und ja, da hat diese gute Abwehr eigentlich nicht so gut ausgesehen. Aber ihr habt es ja auch angesprochen, ich finde trotzdem, dass es eine Qualität ist, gegen Ende des Spiels auch teurer zu machen. Man hat das, als Bayern das immer früher gemacht hat, hat man gesagt, es ist eine Qualität. So von wegen bis zum Schluss an sich glauben und bei uns sagt man jetzt, Suff, was soll das heißen? Nein. Ich finde trotzdem, dass Kovac, es tut mir leid, wenn es den Leuten zu den Ohren rausgehen, Kovac hat Mentalität und Spirit in diese Mannschaft gebracht. Das haben wir uns erwünscht und das hat er gemacht und das zeigt sich in solchen Situationen eben nicht, das Tor zu kassieren wie unter Fähne, 86 Minuten, sondern es einfach zu machen. Und was für Dinger, ganz ehrlich, Leute, lasst uns auch mal ein bisschen genießen, bei aller Rück- und Vorschau. Leute, dieser Fahrrückzug gegen Stuttgart, dieses Brett in Hannover von Rebic und jetzt wieder dieses, der gleitet ja da, als hätte da jemand reingezeichnet, wie er seine Beine auch unter Kontrolle hat. Der Marvin hat es, glaube ich, getwittert. Da hätten wir uns alle komplett die Haxen gebrochen. Also, ich hätte jetzt ein künstliches Hüftgelenk, wäre ich jetzt, hätte ich wahrscheinlich, hätte ich das ausprobiert. Und der gleitet rein irgendwie, der hat so eine smoothere Art, will ich mal sagen, wie er den Ball da rein, das ist, ich habe mir das, glaube ich, diesen kurzen Ausschnitt, habe ich mir, glaube ich, 300 Mal lang geschaut, diese Situation, wo er diesen da rein streichelt. Und der Marvin hat es gesagt, im Endeffekt, es ist geil, man hat wieder Bock, du hast irgendwie das Gefühl, wir können ja später, unabhängig von dem Spiel jetzt einmal drüber reden, du hast auch das Gefühl, die Eintracht entwickelt sich auf vielen Ebenen weiter. Und da gehört unter anderem das, was wir jetzt besprochen haben, auch dazu. Dass du eine Mannschaft hast, wo du das Gefühl hast, die wollen zumindest Gewinnertypen sein und keine Verwalter, wie es früher immer war so. Auch mal, natürlich haben wir auch früher mal gewonnen, aber immer dieses mit Understatement. Jetzt haben wir ein paar Leute auf dem Platz, wie den Prince, der mir auch, obwohl er nicht so spektakulär spielt, trotzdem überragend gefällt, weil, du hast das Gefühl, der ist der Käpt'n da quasi. Also er steht und sagt, hier Leute, mach mal du, mach dies und er gibt uns einfach dieses, er hat es ja vorhin im ersten Spiel schon gesagt, diese Aussage alleine zu sagen, ja wir sind andere Frankfurt, wir fahren nach Freiburg und da zu gewinnen. Gut, hat nicht geklappt, weil wir auch ein bisschen Pech hatten, aber ich habe das Gefühl, er gibt auch anderen Spielern, er gibt anderen Spielern das auch irgendwie mit und der Trainer auch noch und momentan können wir uns, glaube ich, echt nicht beschweren. Natürlich immer wissend, dass auch Rückschläge kommen können. Und was ich noch ganz kurz sagen wollte, das ist auch nicht nur Zufall, denn wer hat die Flanke gegeben? Tale Tavata. Tavata wurde halt zehn Minuten vorher eingewechselt. So, da passieren auch Wechsel halt mit einer Sinnhaftigkeit und nicht nur jetzt irgendwie ein bisschen Zeit runterzunehmen und so weiter und so fort. Und der Positionswechsel ist halt geil, dass du die Möglichkeit hast, einen starken Willems auszutauschen, ja, oder zumindest einen soliden Willems auszutauschen und zu sagen, ja, dann bringe ich nochmal Tavata rein, weil der mittlerweile sich in einem Niveau angesiedelt hat, dass er ohne Probleme gebracht werden kann. Ja, und dann sorgt er zusammen mit Allaire nochmal für einen grandiosen Unterschied. Das ist doch echt aller Ehren wert und das ist auch momentan etwas, was uns durch die Saison trägt. Ja, das definitiv. Zwei Fragen habe ich noch an euch und zwar beides mal die Frage Elfmeter, ja oder nein? Einmal das Foul an Haller. Habe ich ehrlich gesagt gar nicht mehr im Kopf, muss ich sagen. Ich habe es gar nicht mehr im Kopf, also es kann nicht so schlimm gewesen sein, dass ich sage, ja, war ein eindeutiger Elfmeter, also ich habe mich anscheinend nicht extrem so aufgeregt. Ich fand ehrlich gesagt, es war ein Elfmeter, das sah nicht so spektakulär aus, aber er trifft ihn trotzdem, glaube ich. Das ist immer so ein bisschen die Frage, wo du hinguckst, das ist wahrscheinlich auch wieder so die Frage, Materialgeschwindigkeit, ja, nein. Genau, das meine ich. Das ist nichts, wo du sagst, es ist ein Skandal, aber wenn man es sich genau anschaut. Ja, und halt auch aus je nachdem, aus welcher Richtung. Also die Situation ist ja die, Haller läuft quasi eigentlich aus dem 16er mit dem Ball so ein bisschen raus, der Premier-Spieler ist da hinten und schiebt von hinten so ein bisschen mit der Hand, da könntest du noch sagen, naja, das ist halt normaler Körperkontakt. Was du in der Zeitlupe aber siehst, ist, dass er gleichzeitig, während er ihn oben schiebt, er ihn unten von hinten in die Hacken tritt und er dadurch quasi auf der 16-Meter-Linie... Und jeder von uns weiß, ganz ehrlich, jeder von uns weiß, dass die kleinste Irritation, wenn du läufst und jemand klackt sich nur gegen den Knöchel, dann fällt es halt um. Das ist natürlich kein brutales Foul. Das ist trotzdem voll. Also, gut, aber ich will auch gar nicht anfangen, jetzt über Videobeweis zu reden und so. Wir haben gewonnen, deswegen können wir es, glaube ich, entspannt sehen, aber ich hätte mich, glaube ich, mehr aufgeregt, wenn es unentschieden ausgegangen wäre oder wir verloren hätten. Dann definitiv, genau. Zweite Situation, wo ich frage, Elfmeter, ja oder nein, war das Handspiel, ich glaube, das war so irgendwie um die 70. rum. Wie habt ihr das wahrgenommen? Von wem meinst du jetzt? Der Bremer Abwehrspieler, ich weiß nicht mehr, wo die Eintracht kurzzeitig sämtliche Spieler aufgehört haben zu spielen und Handspiel reklamiert haben. Das habe ich wiederum jetzt nicht im Kopf. Okay. Das ist jetzt nicht mehr. Ich glaube, es gab eine Szene, wo ich auch, ja, eher beurteilt hätte. Es ist eine natürlich und ich glaube, das war relativ unnatürlich die Handbewegung, aber, oder, René, ich war, ich. Also, war auch meine, meine Wahrnehmung, er hat zwar den Arm, ich weiß nicht mehr, wer es genau war, ich habe auch versucht, das irgendwie in Zusammenfassung nochmal rauszukriegen, aber genau die Szene haben sie nirgendwo gezeigt. Grüße. Der hat zwar den Arm am Körper, aber in dem Moment, wo der Ball kommt, macht er halt den Arm mit dem Ellbogen nach vorne, was für mich eine ganz klare Bewegung vom Arm zum Ball hin ist. Ja, genau. Ja, vor allen Dingen, wenn der Spieler halt quasi steht, kannst du mir nicht erklären, dass Armbewegung nach vorne da jetzt irgendwie natürlich ist, ja, also, kannst du mir viel erzählen. Ach gut, aber wie Basti schon sagt, unter dem Strich, wir haben das Ding gewonnen, brauchen wir uns jetzt nicht, nicht drüber zu beschweren, den Video Assistant Referee, nehmen schon genügend andere auseinander, da brauchen wir uns. Das ist aber ganz kurze Aussage, das ist schon eine Farce, ehrlich gesagt. Das ganze Thema Video Assistant Referee ist mehr als eine Farce, ich würde dazu nachher was empfehlen wollen. Sehr gut. Genau. In das Erben, Grüße. Dann nimmt er mir es wieder weg. Spoiler Alert. Dann nimmt er es mir wieder weg. Es ist fürchterlich. Ich habe auch hineingeraten. Ich hasse dich. Es kann auch 90 gewesen sein, wir haben auch drüber gesprochen. Ja, aber es war dann empfehle ich schon mal 93. 90, ja. Ist doch nur Kommerz da. Gut, haben wir noch was zu Bremen? Ja, eine Frage hätte ich an euch noch. Wie hat euch denn die Abwehr gefallen, beziehungsweise generell das System, mit dem wir gespielt haben? Unsere Abwehr meinst du jetzt? Ja, 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 ja. Ja, in Ordnung. Also ich fand, es gab schon gewisse Unsicherheiten, also durch die Bank. Also, Valette hat gute Momente gehabt, hat nicht so gute Momente gehabt, Zalcedo ebenfalls. Abraham noch einen Tick sicherer. Also es war in Ordnung, aber so ein bisschen die Grundsicherheit hat einfach gefehlt. Also das muss ich schon sagen. Es war eine teilweise wackelige Angelegenheit, aber diesmal hatten wir halt das Glück, dass wir in der Offensive einfach einen Tick besser waren. Also so würde ich das jetzt einfach sagen. Ich fand, es war nicht so stabil wie die letzten Male, weil da konnten wir schon froh sein, dass wir Radaritzki in Topform hatten, der hat so ein bisschen was gemacht, was bei dem, bei der, den Mann vor ihm, ihm ein wenig gefehlt hat. Würde ich sagen. Das sehe ich genauso wie du, Marvin, weil ich habe jetzt viel gelesen darüber, das wurde ja, glaube ich, im Geheimdrehen getrainiert, abwehrtechnisch dort wieder was umzustellen, ja sozusagen wieder Back to the Roots, Dreierkette, Hasebe mit hinten rein, Abraham, Hasebe und wahrscheinlich dann ja Falet in der, in der Innenverteidigung sozusagen. Wie steht ihr dazu? Auch eher Ja, um wieder zurück zur Stabilität zu kommen oder seht ihr auch das Problem, dass uns so ein bisschen die Sechser fehlen? Wer hat euch dann auch, um daran anzuschließen, Frage Stendera, Ja, ist schon wieder so fit, dass er wirklich Sinn macht auf der Position, oder nein, wir wollen lieber Hasebe da auf jeden Fall mit vorne reingezogen haben. Nee, ich würde, ich würde jetzt nochmal, ich bleibe jetzt einfach gerade bei der Beantwortung und würde einfach sagen, dass ich es aber trotzdem wieder so durchziehen würde wie gegen Bremen, dass ich denke schon, dass wir hier, dass wir hier die Stabilität von Hasebe eher im Mittelfeld genauso auch, Stendera würde ich auch spielen lassen, der Junge muss reinkommen, kam doch eigentlich dafür, hat er doch ein ordentliches Spiel gegen Bremen gemacht, darf nicht vergessen, dass er von Verletzungen geplagt ist, insofern finde ich das in Ordnung, du hast auch mit Boateng da hinten, Leute, die das durchaus irgendwie stabil halten können und Verletz, Abraham und Salcedo müssen einfach die Zeit bekommen, sich noch besser einzuspielen, dann funktioniert das auch. Ich würde, es war nicht so eklatant, dass ich jetzt sagen würde, du musst es jetzt wechseln. Aber jetzt auch gegen Hoffenheim, wo du ja wirklich mal eine Mannschaft hast, die definitiv mehr offensiv qualität hat als jetzt. Ja, aber du bist doch mit Hasebe, also ich finde diese, ich würde es gar nicht so hochhängen, ehrlich gesagt, weil im Endeffekt kannst du das innerhalb von Sekunden genau in diese Fünferkette verwandeln. Also du hast ja quasi eine Viererkette mit Salcedo, Abraham, Valet Willems und Hasebe als erstes Mal als einzigen Sechser davor. Wenn der sich zurückfallen lässt, dann ist es ja wieder eine Fünferkette. Also ich glaube, das kann man situativ im Spiel ändern. Und ich finde eigentlich, die Doppelacht, nenne ich es jetzt mal, mit Boateng und Stendera, finde ich eigentlich geil. Also das sind zwei Spieler, die sind griffig im Zweikampf, die können aber auch beide Tore schießen. Für mich war die Aufstellung eigentlich perfekt. Das Einzige, was ich trotz, obwohl er wieder einigermaßen gut gespielt hat, ich würde halt in dem Fall Wolf gegen Garcinovic noch tauschen. Das wäre eigentlich immer vorausgegeben, natürlich die Verletzungen berücksichtigen, wäre das für mich gerade die beste Aufstellung. Wolf gegen Garcinovic noch tauschen und dann genau das Gleiche wie in Bremen. Okay. Kann ich mitleben, auf jeden Fall. Ja, finde ich auch. Ich habe noch zwei Ergänzungen, die gerade eben über Twitter reinkamen. Und zwar einmal der Hinweis, die Kaufoption von Rebic. Das war ein Punkt, den ich auch gerade eben ansprechen wollte. Da war ich mir aber nicht sicher, deswegen hatte ich es gelassen. Aber es scheint wohl so zu sein, dass die sich automatisch zieht, wenn er eine gewisse Anzahl von Einsätzen hat. Da bin ich ja mal gespannt. Genau. Und zum anderen gibt es in der FR ein Interview mit Rebic, wo er auch diesen Torjubel mit dieser Schnattergeste erklärt. Und zwar sagt er, dass das quasi irgendwie rückwirkend auf den Sommerurlaub ist, wo es irgendwie um Hummerfang geht. Erkläre ich jetzt nicht ewig lang. Ich packe den Link einfach in die Shownotes. Ja, super geil. Okay. Ja, dann klären wir. Ja, das klingt sehr gut. Das klingt auf jeden Fall spannend. Ich packe den Link zum Interview in die Shownotes und dann könnt ihr euch das dann nochmal durchlesen. Unbedingt. Unbedingt. Genau. Dennis, für dich würde ich sogar den Link eventuell gleich in den WhatsApp-Chat schmeißen. Das wäre toll. Ja, dankeschön. Dann lasst uns doch mal gucken, was hat sich so ein bisschen Aktuelles hier getan. Wir haben eine längliche Hörerfrage, die würde ich mal ans Ende stellen, sondern würde davor dann erst mal so ein bisschen gucken, kadermäßig. Und da ist ja leider auch wieder so ein bisschen Verletzung zu beklagen. Wir hatten dieses wunderbare Testspiel gegen Sandhausen und Degussmann verletzt sich und fällt damit die komplette Hinrunde aus. Und Meier darf jetzt zum dritten Mal am Fuß operiert werden. Von daher ist auch die Frage, ob der überhaupt nochmal irgendwie wiederkommt. Ich habe mal die komplette Verletztenliste laut Transfermarkt aufgeschrieben. Die liest sich wie folgt. Chandler, Minuskursriss, Regesel, muskuläre Probleme, Mascarell, Achillessehnenoperation, Degussmann, Schulterverletzung, hatten wir gerade eben, Fabian, irgendwas mit Lendenwirbel, Meier, Fuß hatten wir auch gerade eben, mit Boom, Kreuzbandriss und Haller hatte zwischendrin eine Zahn-OP. Da ist ja schon wieder einiges. Das ist, Punkt, den habe ich mir auch hier aufgeschrieben. Ich war schneller. Nee, aber was ich dazu sagen will, ist, man muss überlegen, eigentlich fehlen bei der Eintracht die drei besten Mittelfeldspieler. Muss man sich wirklich immer auf der, wenn man Meier als Mittelfeldspieler zählen will, da war ja trotzdem immer eine Säule bei uns. Und wenn er sich so ein bisschen mit einem Stürmer gespielt hat, kann man ihn eigentlich auch als Mittelfeldspieler sehen. Dann hast du mit Mascarell, Fabian und Meier, das sind eigentlich fast mit die drei besten Spieler, die wir haben. Und die Eintracht spielt trotzdem so eine geile Saison. Das kann man, glaube ich, trotzdem nicht hoch genug hängen. Man kann Kovac und auch, ich gebe es auch gern zu, man kann Hübner und Bobic auch. Endlich haben die es gerafft, dass du Breite im Kader brauchst, dass du eben solche Ausfälle kompensieren kannst. Die Eintracht macht das überragend. Am Montag war es bei 390 so, dass der David bei Freiburg und der Axel bei Köln haben sie rumgehalten. Wir haben so viele Verletze, Verletze. Bei Eintracht hörst du es gar nicht, aber wenn du mal nachdenkst, hat die Eintracht eigentlich auch die Seuche, was das betrifft. Wir reden nur nicht drüber, weil die Eintracht das überragend kompensiert. Du hast mittlerweile echt Spieler, über Fernandes, der ist ja auch weg. Da Costa war auch weg. Das sind auch Spieler. Da Costa ist zum Beispiel ein, den wir jetzt gut gebrauchen können, der jetzt Gott sei Dank auch wieder mittrainiert hat. Also du hast da noch, das ist eigentlich so meine Hoffnung, dass wenn die Eintracht die Hinrunden einigermaßen gut gestaltet und man Angst vor diesem Einbruch hat, ich hoffe einfach, weil im Endeffekt haben wir im Winter zwei echt riesen geile Neuzugänge mit Fabian und Mascarell. Also muss man schon sagen, stellt euch einfach bitte in dieser Mannschaft noch Mascarell für Hasebe und Fabian für Stendera vor oder für Wolf, Alter, das ist eine, ey, das ist eine, ich will gar nicht zu euphorisch werden, weil dann wird man wieder enttäuscht, aber die Eintracht hat echt eine geile Mannschaft. Da sind fünf, sechs, sieben Spieler drin, von denen ich mir ein Trikot kaufen würde. Früher hätte ich nicht mal geschenkt eins genommen. Also, finde ich schon geil. Nee, das ist auf jeden Fall so und ich hoffe halt nur, dass, also ganz ehrlich, den großen Mann, hast du jetzt eben angesprochen, der war für mich eher einer der Enttäuschungen in der bisherigen Saison. Ich fand nicht, dass seine Spiele bislang so überraschend oder so positiv waren, wie ich es mir erhofft hatte. Aber, was halt trotzdem wegfällt, ist halt jemanden, jemand, der, der aktuell ersten Garde halt ein Feuer unter dem Hintern macht. Druck macht, ja, genau. Das ist nämlich ganz wichtig, dass es Spieler gibt, die den Druck hochhalten, damit sich halt keiner zu sich erfüllt, dass es immer die Möglichkeit gibt, okay, bist du lahm im Training, Spielkacke, Training lasch, dann kann ich dich mit jemandem ersetzen. Und das fehlt halt so ein bisschen, aber gut, wir haben ja jetzt auch Fernandes, der wieder so langsam ranrückt, hat sich ja von seinem Muskelfaserriss ordentlich kuriert und der kann dann diese Position übernehmen. Fernandes ist ja immer jemand, der fit ist, auch auf jeden Fall die Option hat, in der ersten Mannschaft zu spielen. Also insofern, es kommen immer wieder die Leute ran, Tarkosta haben wir eben angesprochen, das ist auch wichtig. Also die einen verletzen sich, die anderen kommen ran und wenn das einigermaßen hochgehalten werden kann, dass du immer noch diesen Zweikampf um diese Position hast, dann sieht es ganz gut aus. Ja, dann hast du nicht nur die Möglichkeit, Spieler auszutauschen, sondern gleichzeitig hast du die Competition, wie es Bruce Darnell sagen würde, hoch. Was man bei dem Thema auch noch anmerken kann, ist, dass ich jetzt gelesen habe, dass es fast sicher ist, dass die Eintracht sich im Winter punktuell verstärken will sogar noch. Das finde ich einen Aspekt, mit dem hätte ich nicht unbedingt gerechnet, finde ich zumindest, ohne es jetzt werten zu können, weil ich nicht genau weiß, um welche Position es geht, aber es ist zumindest sehr, sehr bemerkenswert, weil das auch so ein bisschen antizyklisch ist. Wir hatten ja immer so diese Phasen, da waren wir irgendwie schlecht, dann hieß es im Winter, holen wir fünf Leute, Eihahn und was weiß ich, wie da alles kam. Und jetzt hast du die Phase, wo du eigentlich als Fan denkst, okay, da haben wir uns angesprochen, so ein bisschen Druck von der Bank fehlt, aber eigentlich können wir die Verletzung gut auffangen. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass die Eintracht den Winter angreift. Kann ja aber trotzdem nur gut sein, wenn zu Maskarell und Fabian noch ein geiler Spiel dazu kommen könnte. Auf jeden Fall. Nur die Frage ist natürlich, es ist aktuell, was mich ein bisschen stört, ist das sehr momentan, naja, ich sage mal, leicht zu besetzende defensiven Mittelfeld. Also auf der Sechser-Position, du sagst zwar klar, Maskarell kommt wieder und so weiter und da wäre es natürlich schön, wenn wir noch einen wirklich jetzt hier in Knaller hätten und Marius Wolf. Offensichtlich können weder Plum noch Kamada da irgendwie nachrücken und Druck machen. Vielleicht wäre es auch eine Möglichkeit, dann da zu sagen, komm, ihr werdet auf dem Transfermarkt wieder angeboten, wir holen dafür nochmal jemand Neuen. denn sind wir uns einig, Marius Wolf hat zwar die letzten Spiele nicht schlecht gespielt, aber hätte ich auch nie erwartet, dass der so viel Spielzeit bekommt. Definitiv nicht, ne? Und ja, es ist dann doch erschreckend, dass die anderen da überhaupt keine Spielzeit bekommen. Also Danny Blum und Kamada ist wirklich für mich jetzt sehr überraschend, dass dann doch Marius Wolf eigentlich immer gesetzt ist. Vielleicht wollen sie da nochmal nachbessern, ich weiß es nicht natürlich, aber klingt auf jeden Fall gut. Ich bin da voll auf deiner Seite, Basti. Auch mit dem Thema von der Bank kommt ein bisschen Druck. Wenn du jetzt guckst, beim letzten Spiel Kasinovic, Jovic und Tavata kamen von der Bank und alle drei haben ein ordentliches Spiel gemacht. Tavata mit der Flanke, Kasinovic sowieso immer eigentlich ganz gut zu gebrauchen und auch Jovic bringt nochmal neue Akzente vorne rein. Also eigentlich was, was wir uns vor, ich sag mal, ein, zwei Saisons haben wir noch gesagt, oh Gott, was auf der Bank sitzt, ist wirklich nur um den Kader breit zu machen, aber überhaupt nicht irgendwie qualitätsmäßig zu gebrauchen. Jetzt müssen wir mal überlegen. So, jetzt ist es schon eigentlich ganz geil. Hörgotha haben wir jetzt zum Beispiel komplett vergessen. Also der spielt auch und ich glaube zum Beispiel, als ich gehört habe punktuell verstärkt, da bin ich eigentlich immer ein großer Fan, aber eigentlich ist mir dann der zweite Gedanke gekommen, da müssen wir uns wahrscheinlich aber auch von ein oder zwei Spielern trennen, weil sonst wird es langsam, was die Unzufriedenheit betreffen könnte, ein bisschen viel. Ich glaube, so jemand wie Hörgotha, der sieht sich, glaube ich, schon eher so zumindest nah an der ersten Elf als 13. oder 14. Spieler und wenn die dann alle wieder gesund werden, dann gibt es sogar Härtefälle. Ich bin gespannt, was das bedeutet, weil ich habe außer die Formulierung punktuell im Winter verstärken und habe ich nichts anderes gelesen. Und ich finde aber auch gut, dass zum Beispiel jemand wie Kamada, ich glaube, mit dem habe ich ehrlich gesagt auch diese Saison nicht gerechnet, weil ich glaube, bei asiatischen Spielern ist es oft so, dass sie immer ein Jahr brauchen, um sich zu akklimatisieren und auch die Härte mitzugehen und die Taktik ist ein bisschen anders. Also den sehe ich quasi als Neuzübergang im Sommer erst und ich würde mir aber auch wünschen, weil ich erkenne seine Leistung sehr gerne an und er macht auch teilweise echt geile Sachen und ist unbekümmert und auch irgendwie, glaube ich, ein geiler Typ, der sich nie hängen lässt, Marius Wolf. Aber ich sehe ihn immer noch nicht als Stammspieler, ehrlich gesagt. Ja gut. Okay, sorry, wenn ich da mal kurz einhake, ja, Marius Wolf ist jetzt nicht zwingend der Stammspieler, der entwickelt sich aber so gut, dass du den auf jeden Fall behalten solltest. Also für mich gibt es da gar kein Vertun. Die Frage ist natürlich, erst mal punktuelle Verstärkung. Also da wollte ich nochmal ganz kurz zu sprechen kommen. Und zwar, ja, ich denke, da wird sich vielleicht irgendwie was in der Innenverteidigung tun, vielleicht auch defensives Mittelfeld. Aber das Gute ist, dass ihr Eintracht jetzt mal nicht die absolute Notwendigkeit hat. Das ist insofern schön, denn wir können sehen, was uns preislich passt. Und wenn es irgendwas gibt, was gerade in dem Moment Sinn ergibt, wo du sagst, okay, hier kann ich günstig zuschlagen, habe eine Qualität, die ich in die Mannschaft bringe, dann mache ich das. Andererseits bin ich nicht genötigt, bin ich nicht gezwungen, für teures Geld irgendjemanden zu holen, der vielleicht nicht die Erwartungen erfüllt. Also das ist ganz gut. Wir sind dahingehend in einer relativ optimalen Situation. Ich denke, die Eintracht wird sich perspektivisch auch gerade im Sommer hin um neuen Torhüter auch schon bemühen. Auch hier sollte es eigentlich jetzt bald schon mal intensivierte Gespräche geben. Also das wird noch wichtiger. Aber die Eintracht sondiert den Markt und kann schauen, was passiert. Bei den Abgängen ist es natürlich so, dass du schon Spiele hast wie Branimere Goethe, der aber auch überlegen muss, was er jetzt machen will. Wir haben die Weltmeisterschaft, Schweden hat sich qualifiziert, er hat schon mal für die schwedische Nationalmannschaft gespielt und will vielleicht ja auch den Zug nehmen. Und da ist es vielleicht für ihn relevant zu sagen, dann gehe ich im Zweifel zurück nach Schweden, weil da kann ich mir 20 Tore garantieren. Also jetzt nur mal rein theoretisch gedacht, was ja auch nicht optimal ist, denn die spielen, wenn ich das richtig im Kopf habe, im Kalenderjahr, also du bist ja dann wirklich spielt. Aber es wäre ja trotzdem eine Option oder er würde irgendwo anders hingehen, wo er garantierte Einsätze hat, um sich für die Nationalmannschaft zu empfehlen. Der Junge ist auch erst 24 und hat natürlich gewisse Ziele. Ich glaube aber trotzdem, dass es für den Kader aktuell gut ist, dass er relativ eng an die Mannschaft gehalten wird und dass er den aktuellen Stürmern halt noch ein bisschen Paroli bietet. Ja, und jetzt kommt mein Essen und jetzt redet ihr gerade mal weiter. Er wirft uns hier den Kram so vor die Füße und dann sollen wir hier einfach irgendwie weitermachen. Also so geht das ja nicht. Also das ist auch so ein bisschen so meine Hoffnung. Eigentlich ist so, ja, Verpflichtung im Winter halt immer schlecht, weil du eigentlich nicht wirklich was auf dem Transfermarkt findest. Aber wie Marvin schon sagte, wir haben eigentlich nicht den Druck und wenn jetzt trotzdem aber es die Aussagen von Bobic gibt, dass wir uns Punkte verstärken, lässt mich das einfach in der aktuellen Situation hoffen und glauben, dass wir jetzt nicht irgendwie irgendeine Lusche vom Transfermarkt halt einfach ziehen, weil was halt... Vor allen Dingen auch nicht unüberlegt. Genau, sondern halt auch von langer Hand geplant, irgendwie mit einem vernünftigen Scouting vorne dran, ja, etwas was halt auch in die Mannschaft ins Konzept passt und uns dann auch in der Rückrunde weiterhilft. Und wie du schon sagst, der Kader ist halt mit 34, 35 Spielern schon relativ groß und wenn man dann trotzdem noch einen Spieler holt und den Invest noch macht, dann muss das aber halt auch schon was richtig Gutes sein und da, wie gesagt, habe ich einfach den Glauben dran. Vielleicht kommt Vallejo zurück, diese Hoffnung gebe ich auch nicht auf. Ich habe bei Rebic nicht aufgegeben, bei Vallejo gebe ich es auch nicht. Du hattest bei Rebic ja schon recht, vielleicht hast du bei Vallejo ja auch schon, auch wieder recht. Weil das wäre für mich eine Verpflichtung, die wäre, also das wäre für mich eine Verpflichtung, die wäre schon stark, weil Vallejo ist trotzdem immer nochmal, auch wenn ich mit Vallett und Salcedo einigermaßen zufrieden bin, mit gewissen Abstrichen an einer anderen Stelle, aber Vallejo ist eine komplette Ebene über allen. Vallejo wäre trotzdem sofort unser bester Spieler auf dem kompletten Platz. Ja und du hättest einfach dann auch nochmal den Konkurrenzdruck und einfach auch viel mehr Möglichkeiten, auch in der Abwehr mal zu reagieren. Ja, da hast du völlig recht, auch wenn du jetzt siehst, Russ hat der jetzt auch wieder, das habe ich vorhin noch gelesen, Achilles-Szenen-Problem, der spielt also auch aus, das Problem an der ganzen Sache ist ja die Abwehr, dann Hasebe ist auch so eine fragile Person mittlerweile mit Knieproblemen, ständig fällt er dann doch mal aus kurz vorm Spiel, also da hatte Marvin vorhin schon was Richtiges angesprochen und Bastia Dua auch im Endeffekt, also Vallejo wäre natürlich da die Königslösung, aber für die Innenverteidigung wäre es schon gut, wenn du noch jemanden holen würdest. Das ist wieder so eine typische Position, die jetzt vielleicht so wirkt, sie ist total gut besetzt, weil du im Karte sechs Spieler hast, genau, dann fallen ein, zwei aus und dann kannst du schon wieder nicht mehr so variabel zumindest die Innenverteidigung bewegen, bist im Endeffekt darauf angewiesen, dann fällt mal einer mit einer roten Karte noch aus, dann wird es wirklich schon wieder schwierig, also ich denke auch, dass da vielleicht noch was nachgebessert wird und wenn es Vallejo ist, sage ich auf jeden Fall, ja, genau, Marvin geht nochmal die Innenverteidigung genommen. Wir haben über Vallejo gesprochen, Grüße. Ja, schauen wir mal, also es ist immer noch ein geiler Tipp halt, wenn es die Möglichkeit gibt, sollte man zuschlagen, mal schauen. Guten Appetit. Ja, erst nachher, ich habe es jetzt wieder in den Kühlschrank getan, aber ich habe nur was kalt geliefert bekommen, aber wenn man sonst nicht dazu kommt, ja, tschüss, absolut richtig. Ne, naja gut, aber schauen wir mal. Ich habe Leute schon reden über André Schöler, weil er angeblich so reinlassen will. Ganz ehrlich, da hätte ich keinen Bock drauf. Bei aller Qualität, die er hat, da würde ich ein bisschen antizyklisch reingehen und das nicht feiern. André Schöler ist leider das größte Troja, einer der größten trojanischen Pferde, die es im Fußball gibt. Für so viel Geld gewechselt und hat nie über dauerhaft, also über eine gewisse Dauer gezeigt, dass es wirklich drauf war. Der Junge hat diese Qualitäten, aber ganz ehrlich, Leute, wir müssen uns einfach nicht mit so Quatsch köpfen, unglaublich viel Geld kosten. Ja, ich wollte gerade sagen, auch gerade im Winter bezahlst du da doch garantiert nochmal einen Extra-Bonus, so ungefähr. Also das ist totaler Quatsch. Nein, der wird sich dann ausleihen und Dortmund nimmt das Ding. Im Endeffekt wäre das ja quasi ein Gefallen an André Schöler zu sagen, okay, der will sich noch zur WM kicken. Genau, das ist ja das Ding. Der wird nicht so viel. Ich glaube, die Gerüchte gab es in Köln auch schon. Aber da hätte ich keinen Bock drauf. Köln ist da sogar noch ein heißerer Kandidat. Aber ich glaube, so Verzweifelt müssen wir nicht machen. Ich glaube auch nicht, dass wir so verzweifelt sind, so eine Nummer zu machen. Gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Ich glaube auch, das, was der René gesagt hat oder was der Marvin eingeleitet hat, dieses, wenn wir jetzt überhaupt einen holen, dann ist das auf keinen Fall ein Panikkauf, sondern das ist von langer Hand geplant. Vielleicht auch aus einem Spieler, wo die Saison am Jahresende endet. Das weiß man ja auch nicht. Und vielleicht ist das dann so jemand, den du dann schon im Winterschnell holst, bevor es irgendwie im Sommer bei der WM zu heikel wird. Das gibt es ja auch oft, dass du irgendwie das vorher schon fit machen willst, weil du keinen Bock hast, dass der dann geile WM spielt und der Verein, der ihn besitzt, dann plötzlich rummacht. Ja, das weiß ich. Wir wissen es nicht. Wir können gucken. Ich wollte eigentlich damit auch nur einleiten, dass ich es bemerkenswert finde, dass wir in der Situation, in der wir uns gerade befinden, auch mit dem großen Kader, darüber nachdenken. Finde ich aber gut, weil das für mich trotzdem von Bobic, ich lobe ihn schon wieder, so eine Matthias Lammann-Nummer ist. Das ist so eine Matthias-Sammer-Nummer. Gerade wenn es gut läuft, dann eben nicht nachzulassen, weil das passiert ja schnell. Deswegen sind auch, so läuft ja alles ganz gut. Die Eintracht, die Leute sind zufrieden. Gerade in den Situationen passieren ja die meisten Fehler. Und ich habe das Gefühl, die Eintracht will das damit verhindern. Und das finde ich eigentlich echt cool, weil, sorry, ich gehe schon wieder, kleiner Flashback in die Vergangenheit, ist mein Lieblingsbeispiel. Wir hatten auch schon mal gar keinen Innenverteidiger und haben dann gesagt, ach scheiße, wir brauchen keinen kaufen, 500.000 Euro, Differenz bei Karim Agui, brauchen wir nicht bezahlen. Wir haben ja Ricardo Clark. Ja, 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 da wissen alle, wie es ausgegangen ist. Also, ganz ehrlich, man muss die Sachen, die sich bei Eintracht verändert haben, die wir damals immer kritisiert haben, muss man auch mal echt lobend erwähnen. Und da gibt es momentan bei mir ganz, ganz, ganz viele. Das fängt bei Social Media an, das fängt im Umfeld an, in der Kommunikation, in der Einstellung. Also, ich bin momentan eigentlich sehr zufrieden. Ja, vielleicht wird es doch noch ein professioneller Verein, wer weiß. Ja, zehn Jahre verspät. Ja, gut, besser spät. Aber eben, besser spät als nie. Da, wo wir nach vorne gehen, gehen andere Vereine zurück zu alten Tugenden. Oh ja, oh ja, sehr schön, sehr schön. An wen hast du da gedacht? Weiß nicht. Gut, dann haben wir eine etwas längliche Hörerfrage. Dann bin ich froh, dass der Herr Marvin wieder dabei ist, weil es geht um Nachwuchs und Jugendspieler. Und wenn hier einer irgendwie den Nachwuchs im Blick hat, dann ist es der Marvin. Das klingt jetzt irgendwie komisch, wenn man das so sagt. Aber gut, es ist ja. Ich bin ja auch Single. Genau. Nein, das macht es jetzt nicht besser. Alle Frauen da draußen. Also, es ist eine Hörerfrage von Kai, der uns eine, ich würde es jetzt mal als mittellang bezeichnen, eine mittellange E-Mail geschrieben hat. Und im Großen und Ganzen, wenn man das versucht, so ein bisschen zusammenfassend, geht es darum, wie wir dazu stehen, dass wir eben keine zweite Mannschaft mehr haben, weil man ja doch an verschiedenen Stellen immer wieder feststellt, dass so der Sprung von der Jugend in so eine erste Mannschaft doch relativ groß ist und einfach so, ja, Aufbau, Spielzeit, Reifezeit dazwischen irgendwie fehlt. Und müsste man nicht eigentlich sowas haben, um seinen Invest, in West, in Jugendspieler irgendwie zu schützen, anstatt sie eben über diesen großen Graben springen zu lassen. Okay, ja, also wenn du mich da jetzt schon ansprichst, erst mal vielen Dank, Kai. Danke für die Frage. Vielen Dank generell für deine Rückmeldungen. Freut uns ja immer, wenn da mal was kommt und so. Und das ist auf jeden Fall ziemlich geil. Zu deiner Frage konkret. Also die Sache mit der zweiten Mannschaft ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Ich denke, dass die Kosten eigentlich zu vernachlässigen waren, das muss man jetzt im Rückblick schon sagen. 500.000 Euro pro Jahr für eine zweite Mannschaft ist jetzt nicht ganz so viel Geld. Die Tatsache, dass sie aber in der Regionalliga, in der vierten Liga gespielt haben, ist schon so, dass du da auf Dauer halt auch keinen wirklich guten Spieler generieren kannst. Das ist maximal so, das ist jetzt meine Ansicht, das müsst ihr nicht teilen, es ist aber maximal so, dass du dann Rekordnummer des Sensen wieder zurück in den Trainings- und Spielbetrieb steckst und die dann hochziehen kannst. Das ist der einzige Vorteil, den du eigentlich mit einer Mannschaft in der vierten Liga hast. Abgesehen davon Torhüter. Torhüter haben immer eine gewisse Qualität beziehungsweise für die ist es jetzt nicht ganz so relevant, ob sie in der zweiten, dritten oder vierten Liga spielen. Da ist es wichtig, dass sie einfach diese Spielzeit bekommen. Also das würde ich nochmal ausnehmen. Ansonsten ist es halt so, du bräuchtest normalerweise eigentlich eine zweite Mannschaft, die auf jeden Fall in der dritten Liga spielt, die sehr, sehr umkämpft ist, wo das Niveau relativ hoch ist. Und dann hättest du natürlich ein optimales Umfeld, wo du sagen kannst, da kann ich junge Spieler, die den Sprung von der A-Jugend und nicht direkt eine erste Mannschaft schaffen, da kann ich die so langsam angewöhnen. Das wäre der Optimalfall. Die Eintracht hat sich halt das damit verbaut, weil sie zum einen halt natürlich diese Mannschaft abgemeldet hat, davor aber auch schon die Ziele dementsprechend runtergesteckt hat. Wahrscheinlich wäre das das Optimalste gewesen zu sagen, wenn ich die finanziellen Möglichkeiten gehabt hätte, ich melde die gar nicht ab, sondern ich versuche, die somit Spielern zu schmücken, damit ich in die dritte Liga komme und dann halt die Möglichkeit habe, was aber relativ spekulativ ist, aber dann die Möglichkeit habe, hier dauerhaft Leute aufzubauen. Das hatten wir über viele Jahre beim BVB und beim VfB. Da sieht man, auch wenn es da gewisse Down-Parts gibt, dass das im Grunde durchaus gut funktionieren kann. Die Eintracht ist aktuell dann leider nicht mehr dazu in der Lage. Ich glaube aber, dass es bei der SGE schon, wie soll ich sagen, ein bisschen, ja, ein bisschen Reue da ist, denn die ganze Angelegenheit mit Drei Eich, die ja noch eine Weile zurück sind, bis sie mal zumindest in die Vierteliga kommen, die scheint aber schon relativ realistisch zu sein. Da gibt es enge Verzweigungen und ich glaube, dass man mittelfristig plant, Drei Eich so weit nach vorne zu treiben, dass sie wirklich dann die zweite Mannschaft werden können. Ich hoffe, ich konnte die Frage jetzt einigermaßen beantworten. Also ich denke, es war insgesamt nicht ganz glücklich, aber optimal ist es halt nur in der dritten Liga. Okay. Finde ich auch. Ich finde, das ist ein Thema, aber ich finde es gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt, weil das trotzdem ein Aufwand ist, den du betreibst, trotzdem auch, was so die Aufmerksamkeit betrifft, wurde am Ende trotzdem, ja, ich weiß nicht, wie, trotzdem sind die Spieler, die in der Eigung dann sind, die müssen dann trotzdem schon irgendwie so weit sein, dass sie es schaffen heutzutage auf jeden Fall. Das hat sich auch verändert. Die Spieler kommen ja immer, beim HSV, der ist ja auch jetzt erst 16, 17. Dass du einen Spieler hast, der es im zweiten Anlauf schafft, den Fall gibt es natürlich, aber der ist jetzt auch nicht so häufig, als dass man sagen muss, das ist ein Drama, dass wir keine mehr haben, weil, was mich da viel mehr stört, ist ehrlich gesagt, dass die Eintracht nicht so viel mit Leinen arbeitet, ehrlich gesagt. Also du hast bei der Eintracht nicht so das Gefühl, dass sie so irgendwie ihre Spieler gerne verleihen, beziehungsweise die haben das irgendwie noch nicht so auf dem Schirm. Weil da könntest du ja genau die Sachen, wo du einen Spieler hast, der dann eigentlich in der U23 spielen würde, den kannst du ja auch verleihen. Dann kannst du nämlich genau das, was der Marvin sagt, dann bist du nicht mehr darauf angewiesen, wo deine eigene Mannschaft gerade spielt, ob die wieder abgestiegen sind, Regionalliga, Dritte Liga, ist ja auch dann immer ein großer Unterschied. Und in der Dritten Liga, darf man nicht vergessen, würde diese Mannschaft auch viel mehr Geld kosten. Also die würde dann eben nicht die 5.000 Euro kosten, sondern da geht es schon wieder in die Millionen. 2 Millionen im Schnitt würde ich sagen, ja. Würde ich auch denken, nämlich. Und dann kannst du ja, du kannst dir ja bei einer Leihe den Verein aussuchen. Du kannst auch den Trainer aussuchen. Du kannst sagen, hier, das ist ein Ding, und du kannst mit Vereinen zusammenarbeiten. Wenn die Eintracht das mitreie, ich vorhat gerne. Aber das ist so ein Modell, wo was ich sehen würde, zum Beispiel, ich hätte Barcock längst schon verliehen, ehrlich gesagt. Das ist halt so genau der Punkt. Im Grunde musst du aktuell, wenn du jetzt den Status Quo der Frankfurter Eintracht betrachtest, musst du zwei Varianten fahren. Du musst zum einen die Spiele haben, die jung genug sind, aber das Talent haben, mittelfristig in die erste Mannschaft ranzurücken, und die lasse ich bei den Profis trainieren und lasse ich im Zweifel bei der U19, also in der Jugendbundesliga spielen. Da sind dann 18, wie gesagt, 17, 18-Jährige, die die Qualität haben, aber gleichzeitig Spielpraxis noch in der Jugend bekommen. Und dann habe ich ein optimales Konzert, denn dann haben die einmal dieses Profitraining, was denen unglaublich viel gibt, und gleichzeitig die Spielpraxis. Alle anderen, die leider nicht mehr bei der U19 spielen können, die müsste ich konsequenterweise wirklich verleihen, wenn ich nicht sehe, dass die mich in der ersten Jahreshälfte weiterbringen und ich für die in der zweiten Jahreshälfte auch keine Möglichkeit, zumindest auf der Bankplatz zu nehmen sehe. Und da natürlich kommen wir hier an den Punkt, Barkok jemand, der auch schon U-Nationalmannschaft gespielt hat, der sicherlich für den einen oder anderen Zweitliga-Verein von großem Interesse sein dürfte oder auch für den ambitionierten Drittligisten. Also ich meine, da ist auf jeden Fall was dabei. Also Barkok ist jetzt sogar noch eine Nummer zu hoch, weil wenn bei uns viele ausfallen, dann kann der immer noch mal zu einer veritablen Alternative werden. Aber da müssen wir halt eine Möglichkeit finden. Und das finde ich auch schade, dass wir keinen Leuten leihen, vielleicht aber in der Angst, dass wir sagen, ja, wenn wir sie verleihen, dann sind die ein halbes Jahr weg und dann haben wir keinen Zugriff auf die. Kann sein, dass das irgendwie, dass man irgendwie, sag ich mal, von Verletzungen so negativ geprägt ist, dass man lieber ein paar mehr Leute bei sich behält. Ich glaube, das kann aktuell der Punkt sein. Ja, aber doch gerade diese jungen Spiele, von denen ihr ja dann eigentlich redet, die ein bisschen zu alt sind für die U19 und dann so diesen gemischt, dass du einfach mit einem entsprechend langfristigen Arbeitspapier dann auch ausstatten und dann entsprechend konsequent verleihen. Ich sehe das auch so, eher so dieses, natürlich ein bisschen abgespeckt, aber so das Verfahren, was Chelsea zum Beispiel ja auch viel macht. Ja, nicht nur die, sondern eigentlich ja sehr viele, sehr erfolgreiche Klubs, die einfach sagen, okay, wir investieren ein bisschen Geld. Ich weiß aber nicht, diese Line, du hast oft das Gefühl, wenn wir mal Spieler mit einem Profi-Vertrag dann ausstatten, die von unten kommen, siehst sie ja wirklich nie irgendwo spielen. Ich denke auch, das ist so, dass ich weiß jetzt nicht, wie lange die Verträge dann sind, die verschwinden dann immer mal irgendwo in der Versenkung. Ich tippe mal, die kriegen vielleicht einen Ein-Jahres-Vertrag oder einen Zwei-Jahres-Vertrag, dass du die natürlich dann nicht verleihen kannst, sondern dann gucken musst, okay, setzen sich jetzt durch, okay, hat sich nicht durchgesetzt, Arbeitspapier läuft nach einem Jahr ab, fertig ist eh Schluss, aber dann merkst du auch, da wird überhaupt nicht konsequent dann auf diesen Weg gegangen. Natürlich müsstest du dann auch an diesem System was ändern, langfristige Verträge machen und dann gezielt schon eventuell Absprachen mit anderen Mannschaften haben, damit du auch dann von den Spielern was hast, wenn sie wieder kommen. Ja, das ist ja gerade der wichtigste Punkt, wenn du über die Absprachen sprichst. Du bräuchtest eigentlich einen guten Partner, einen guten, verlässlichen Partner. Und das hat er, Basti auch angedeutet, wenn es um Trainer geht. Du bräuchtest eigentlich in der Region einen festen Partner, mit dem du konsequent zusammenarbeitest und sagst, wir in Wiesbaden beispielsweise, hier, ihr seid in der dritten Liga, ihr spielt einen guten Ball, ihr verfolgt eine gewisse Philosophie, die ist uns zuträglich, auch von der ganzen Spielkonzeption her. An euch verleihen wir die und die Spieler, wenn das Interesse überhaupt da ist, im Gegensatz, ihr bekommt die relativ billig, ihr tragen einen Teil des Gehalts weiter, wollen aber auch, dass der Spieler, wenn er dementsprechend fit ist, die Trainingsleistung, wir haben ja den einen oder anderen Scouting, den kann man dann mal hinschicken, auch um das Ganze zu kontrollieren. Dann wollen wir aber auch, dass er eingesetzt wird und dann auch seine Einsatzzeiten bekommt und sich dementsprechend entwickeln kann. Wenn es da irgendwie so ein Gegenseitigkeitsverhältnis gibt, was hergestellt werden kann, dann kann das für beide sein, zuträglich sein. Da braucht es aber diese festen Abstimmungen. Mich wundert es ehrlich gesagt, dass das nicht der Fall ist, gerade mit Wien Wiesbaden, wenn wir uns anschauen, dass Hübner ja relativ enge Verhältnisse dazu hatte, viele Jahre lang, selber ja da auch ins Business eingestiegen ist, wäre eine Option gewesen. Das ist auch die Mannschaft, die ich am ehesten zuträglich sehe, weil sie halt ein interessantes Spielkonzept verfährt und aktuell einen guten Trainer haben. Aber das ist halt jetzt nur ein hypothetisches Geprabbel von mir, faktisch ist da halt nichts zu sehen. Es bewegt sich wieder nichts, ja, genau. Naja. Ich glaube, damit haben wir aber die, die Frage nach einer möglichen zweiten Mannschaft und wie wir den Jugendspielern, den Übergang ein bisschen einfacher gestalten können, voll umständlich beantworten. Genau, das Wichtige ist halt, ich meine, ich verstehe diese Frage und auch dieses Sentiment, aber Ding ist, wir können es nicht mehr rückgängig machen. Es gibt halt nicht diesen Weg zurück mehr und wir müssen jetzt sehen, als Frankfurter Eintracht, wie wir am besten damit klarkommen. Genau, die Frage ist ja dann eher, was gibt es für Alternativen und da hast du ja jetzt durchaus Alternativen aufgezeigt und wir sehen aber auch, dass da anscheinend momentan wenig getan wird in der Richtung. Vielleicht einfach auch, irgendwo fehlt vielleicht auch die Zeit. Ich will sie ja nicht zu sehr in Schutz nehmen, aber vielleicht ist das halt noch nicht Prio 1, aber das kann ja noch kommen. Genau, aber wie wir ja vorhin festgestellt haben, ist, dass wir ja gerade erst in der Entwicklung zu einem professionellen Verein und das gehört da ja auch dazu, von daher geben wir ihnen doch einfach noch so ein bisschen Zeit. Wenig Zeit haben wir im Gegenblick, wenn wir schauen, auf die Bundesliga, weil wir spielen am Samstag wieder in Hoffenheim. Basti freut sich ja schon seit mehreren Wochen darauf, wieder Weißwein trinken zu dürfen. Yeah! Grüße! Grüße! Hoffenheim, die ja in der Tabelle jetzt auch nicht so schlecht dastehen und die diesen, wir sehen dann auch den Herrn Wagner wieder, der ja unbedingt, wie er heute verlauten ließ, irgendwann zu den Bayern will. Auch so eine absolute Nullmeldung, aber nun gut. Ja, wie gehen wir denn in dieses Spiel rein? Das wird ja dann auch so ein bisschen spannend, finde ich, so von der Taktik zu sehen, wie so ein, die Einstellung der Mannschaft von einem Nagelsmann gegenüber einem Kovac dann einfach auch ist. Tja. Ja, aggressiv würde ich sagen, wenn ich den Namen Wagner, Nagelsmann und Hopp höre, dann auf jeden Fall aggressiv. Das bei dir dann eine gewisse Grundaggressivität da ist. Ich gehe sehr aggressiv ins Spiel, wie die Mannschaft, das macht das. Super. Ein klassischer Basti. Ja, ich denke, ja, ich denke, das ist aber genau die richtige Herangehensweise. Ich muss schon sagen, es geht mir extrem schwer über die Lippen, aber ich habe schon eine gewisse Portion Respekt gegenüber dem, was momentan so bei 1899 Hoffenheim passiert, mit teilweise relativ grauen Spielen eigentlich schon einen richtig guten Erfolg hier zu erzielen. Wenn ich mir anschaue, Dennis Geiger, das sind alles Spieler, die hatte ich jetzt, hatte ich jetzt so, oder hier, der Herr Posch, Stefan Posch, der Österreicher, das sind Spieler, die habe ich davor nicht auf der Rechnung gehabt. Und da kann, und wir können auch nicht alles irgendwie sagen, ja, okay, naja, die haben halt alles eingekauft, Spieler sind viel eingekaufte, aber da sind auch Eigengewächse dabei, konsequent. Das macht das Ganze für mich ein bisschen schwieriger, die Mannschaft nicht zu mögen, um es mal so zu sagen, oder auch dem Ganzen nicht ganz so viel Respekt holen zu müssen. Ich muss es tun, ja, aber zum Glück haben wir noch Leute wie Sandro Wagner und denen können wir ja hoffentlich ein bisschen auf den Füßen stehen. Ich glaube, das ist eigentlich ein Spiel, was auf dem Papier so aussieht, als wenn die Eintracht das verliert, ehrlich gesagt. Das wird die Eintracht wahrscheinlich verlieren, aber die Sache ist die, die Eintracht hat trotzdem gegen so Mannschaften immer einen drin, weil die Eintracht wird Platz haben, trotzdem. Also Hoffenheim wird nicht zu Hause sich hinten reinstellen, das können wir, glaube ich, schon mal konstatieren. Also das ist, glaube ich, sicher. Das heißt, die Eintracht wird an der einen oder anderen Stelle zumindest die Möglichkeit kriegen, zu kontern. Was Hoffenheim sehr, sehr gut macht, ist dieses Anlaufen. Das heißt, die Eintracht wird nicht sehr gut die Möglichkeit haben, aus dem eigenen Ballbesitz heraus vielleicht irgendwie großartig was aufzuziehen, weil da fehlt uns im Spiel teilweise, muss man auch mal sagen, noch trotzdem an gewissen Stellen noch ein bisschen die Ruhe. Das heißt, wenn die Eintracht aggressiv gepresst wird, gerät sie schnell in Panik und dann gibt es teilweise echt kuriose Fehlpässe diese Saison auch schon. Also die man sich dann nicht erklären kann. Und sowas befürchte ich in Hoffenheim auch. Allerdings bei Ballgewinn ist die Eintracht, glaube ich, in Hoffenheim echt gefährlich, weil die Eintracht diese Nummern gut durchziehen kann. Und was vielleicht noch dazukommen könnte, was so ein kleiner Kicker für uns sein könnte, sind dann Standardsituationen. Weil ich schon glaube, dass wenn der wieder da ist, wird uns, glaube ich, ganz gut tun, ehrlich gesagt. Der Guzman ist jetzt verletzt, der wird die Standards nicht mehr treten. und Stendera, vielleicht hat er es wieder drin, da hat es eine Zeit lang eigentlich gut gemacht. Ja, das stimmt. Und ja, und Hoffenheim hat die Saison, ich bin da ehrlich gesagt, bei Marvin, also rein klinisch, fußballerisch gesehen, leisten die da schon gut Arbeit. Aber trotzdem hat Hoffenheim diese Saison gezeigt, zum Beispiel auch zu Hause gegen Gladbach war das, glaube ich, dass es schon diese Doppelbelastung bei denen, glaube ich, bemerkbar macht. Die sind nicht immer zu 100% fresh im Kopf, glaube ich. Und ich glaube, wenn die Eintracht da 1-0 in Führung geht und die Stimmung wird dann dementsprechend auch auf den Rängen sein, dann kann die Eintracht, also das ist ja das Geile bei der Eintracht. Ich fahre da nicht hin und denke, scheiß, ich will mich nur voll saufen und die Eintracht findet dort eh, wie das vielleicht früher gewesen wäre. Auch wenn wir da mit Schwegler, glaube ich, haben wir nicht immer 4-0 oder so da gewonnen oder 4-1. Das war eines der geistigen Außenspieler als Schwegler, dieses Brett da von 25 Metern da reingezimmert hat. Egal. Auf jeden Fall, wir fahren dahin, genau wie wir zum Beispiel nach Gladbach fahren, nicht mit dieser totalen Angst und es muss keine Riesensensation geben, dass die Eintracht da gewinnt, sondern die Chancen liegen bei 30%, sage ich mal. Und das reicht mir, ehrlich gesagt. Nach Hoffenheim zu fahren, die sind Favorit, wenn die Eintracht 2-0 verliert, dann denkt jeder, gut, war zu erwarten, bin ich auch nicht großartig sauer, wäre trotzdem eine lustige Fahrt gehabt haben, aber die Sache ist die, es muss gar nicht so kalt die Hölle zufrieren, dass die Eintracht da gewinnt und das finde ich geil, weil da habe ich irgendwie Bock drauf. Du hast nicht das Gefühl, dass du auf 40 Auswärtsspiele fahren musst, um drei Siege zu sehen, sage ich mal, sondern fährst halt hin und irgendwie hast du das Gefühl, es geht immer irgendwas. Ja, und das Ganze kann auch dadurch untermauert werden, dass ja zum Beispiel die Stammeninnenverteidiger, der Hoffenheim momentan auch eher gesagt, ausfällt, Bicacic kann nicht spielen, Benjamin Hübner, ist auch ein Spieler, der momentan verletzungsbedingt ausfällt, ich glaube, auch er dürfte nicht fit werden vor dem Eintracht-Spiel, das ist doch schon mal ganz gut, deswegen muss ja auch Kevin Vogt in der Innenverteidigung und Agbo Buma ist auch noch nicht so mega sicher, das ist ein super geiles Talent, aber wie gesagt, die brauchen ihre Zeit und die Eintracht hat den großen Vorteil, natürlich, es ist nicht ein Spiel, wo beide Mannschaften eher ihre Stärke, starken Punkte in der Offensive haben, aber die Eintracht hat den Vorteil, dass sie durch die frechen Außen, die wir hier haben, die Hoffenheim schon in einer gewissen Art und Weise vielleicht unter Druck setzen kann, ich glaube schon, dass ein Willems oder auch ein Rebic, dass die schon giftig spielen können, dass so ein Schulz oder gerade so ein Posch, der halt ein relativ junger Kerl ist, der noch nicht so die Erfahrung hat, dass der schon schwindelig gespielt werden kann und vielleicht auch irgendwann die Nerven verliert, wenn dann so ein Rebic ein paar Nicklichkeiten macht, so ein bisschen unverspielt und so, das sind so die Möglichkeiten, wo du junge Spieler vielleicht auch irgendwo so an ihre Grenzen bringen kannst oder an seine Grenzen bringen kannst und ich denke, so müssen wir dann so ein bisschen agieren, um dann irgendwie unsere Chance zu suchen, denn natürlich sind Schulz und Posch zwei interessante Spieler, die es jetzt in der letzten ein paar Mal schon gezeigt haben, dass sie durchaus hier in der Bundesliga standhalten können, Marco Schulz ja sowieso, davor ja auch bei Hoffenheim gewesen, aber da ist noch was möglich mit unserer, gerade wenn wir offensiv richtig in Ballung geraten. Und ich glaube, dass die, was wir vorhin beim Bremen-Spiel und allgemein die Entwicklung der Mentalität der Eintracht besprochen haben, das kann auch eine Rolle da spielen, weil die Hoffenheimer Mannschaft, das sind trotzdem keine Killer, sag ich mal, das Polanski ist vielleicht einer, aber ansonsten sind das gut ausgebildet, aber das sind keine, also ich sag ich jetzt mal, war wieder Trainer nicht und Naja, der wirft mit Flaschen um sich, also da wäre ich schon vorsichtig. Ja, weil die Idee ist ihm doch in der, kommen wir später bestimmt bei den Dummschwitzernern zu, werde ich jetzt noch nicht sagen, auf jeden Fall, die Eintracht kann da schon hinkommen und ich, was man auch nie unterschätzen darf, vielleicht überhöre ich es auch, aber ich feiere es trotzdem, man darf auch nicht unterschätzen, dass da wahrscheinlich trotzdem wieder 6.000, 7.000 sind. Das ist, Hoffenheim ist im Endeffekt trotzdem ein Heimspiel. Ich wollte gerade sagen, also das ist für uns so ein ganz klares zweites Heimspiel, da wird es ordentlich Stimmung sein. Genau, und da wird richtig vorwärts gehen da und das kann auch eine Rolle spielen, weil so Spiele sich dann teilweise auch verselbstständigen, lass die Eintracht da mal in Führung gehen und fliegt das Dach weg und dann haben die Spieler ja auch Bock, also ich glaube das trotzdem, ehrlich gesagt. Also für mich gibt es auf jeden Fall was drin, ich habe irgendwie das Gefühl, dass da was drin ist, kann es aber noch nicht ganz genau greifen. Also für mich gibt es da eigentlich so zwei Varianten, entweder wie du vorhin schon gesagt hast, haben wir die Räume, weil Hoffenheim auch zu Hause durchaus offensiv spielt und dann könnte das sogar ein sehr schönes und sehr ansehnliches Spiel werden, wodurch auch das ein oder andere Tor fällt und dann rechne ich uns da durchaus sehr viele Chancen aus oder das wird so ein taktisches Spiel, wo beide Trainer es schaffen, exakt die Aufstellung und die Einstellung für die Mannschaft zu wählen, die sich gegenseitig neutralisieren und dann sehen wir über 90 Minuten ein fürchterlich lahmes Gekick. Das ist jetzt mal so die beiden Dinger, die ich da irgendwie Ich glaube, die dritte Möglichkeit ist noch, dass die Eintracht einfach unglücklich 2-0 verliert. Nein, die glaube ich gar nicht so richtig. Also ich glaube, Unglück haben wir momentan nicht. Ich glaube, ich glaube auch wirklich, dass wir dafür und um nochmal zu dem Thema von vorhin zurückzukommen, ich denke, wir werden deutlich defensiver spielen beziehungsweise deutlich defensiver in Anführungszeilen. Ich denke schon, dass wir wieder mit der Dreierkette respektive Fünferkette dann spielen werden. Andererseits muss man dann gucken, wer spielt wirklich dann sechs Boateng, eventuell Stendera und Garcinovic auf den zwei Achtern. Das wird mir schon auch gut gefallen. Ich denke, dadurch bringst du hinten ein bisschen Stabilität rein, nach vorne hin auch gerade mit einem Garcinovic nochmal ein bisschen Geschwindigkeit. Ja, also ich denke schon, dass da was geht und ich denke auch nicht, dass wir 2-0, klar kann es passieren, aber im Prinzip, ich denke nicht, dass wir da unter die Räder kommen. Auf der anderen Seite, gerade weil wir auch da entsprechend wahrscheinlich aus der Defensive versuchen, ein bisschen gut rauszuarbeiten. Ich könnte mir schon vorstellen, dass leider die zweite Variante vom René passt, nämlich gerade zwei taktisch versierte Trainer stellen Mannschaften auf, die sich tatsächlich im Mittelfeld dann in blöden Geblänkeln neutralisieren. Das wäre schon nervig, wäre aber für uns doch auch gar nicht schlechten Punkt. In Hoffenheim wäre doch okay oder wie seht ihr das? Hier ist ein Punkt zu wenig. Bevor wir über Ergebnis reden, lass uns doch mal Dennis' eingeleitete Ausstellung da so ein bisschen durchgehen. Also Dennis, du sagst, hinten wieder mit Dreierkette. Ja, also ich wäre für Abram, Verlet und Hasebe Dreierkette und Willems und Salcedo wieder links und rechts Verteidiger. also eher so als Offensive, also Mischung aus Mittelfeld und Verteidiger quasi da irgendwo auf dem Brügel unterwegs. Ja, im Endeffekt, ich denke schon, dass das wieder dieses typische in der Abwehr Fünferkette im Angriff die nach vorne. Genau, also ich denke, dass auch ein Salcedo kann das eigentlich schon spielen, obwohl von der Seite wahrscheinlich nicht so viel kommen wird, aber ein Willems ist ja auf der anderen Seite überragend, also wird wahrscheinlich eh mehr über die Seite laufen und Hasebe normalerweise, wenn er fit ist und wenn er dings ist, ist ein super Abwehrchef, der auch dann Akzente nochmal nach vorne bringen kann, der auch einen Spielaufbau gerade in engen Räumen relativ gut aufbauen kann. Also ich finde es gut und ja, dementsprechend wäre ich mit der Abwehr zufrieden. Wie sehen es die beiden anderen Herren? Haben wir da überhaupt Alternativen? So wirklich nicht im Moment, oder? Ich würde die Aufstellung vom Bremen-Spiel nehmen und nur Gacinovic und Wolftorff. Ja, das würde ich vielleicht in Ordnung finden. Ich glaube ja, Gacinovic muss auch vielleicht mal wieder spielen, das würde ich ebenfalls akzeptabel, aber dafür Gacinovic rein, ansonsten würde ich gar nichts verinnern. Tut mir leid. Dann muss dir nicht leid tun, gibt ja keinen Grund für. Darf ja jeder sagen, was er denkt, also fast alles. Das macht sehr interessant. Gute Überleitung zum nächsten Thema. Dietmar, man darf nicht alles sagen, was man denkt. Nein, 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 jetzt hier mal nicht den Sendungsplan verändern. Ja, wenn wir nichts mal zur Ausstellung haben, dann lassen wir uns doch mal hier tippen. In der erste, als erstes in der Liste steht Frau Alex, die ist abwesend. Dann kommt als nächstes der Herr Marvin. Ja, 2-2. 2-2. Herr Dennis. Ich glaube, wir gewinnen 1-0. Okay. Senior Basti. 2-0 für Hoffenheim. 2-0 für Hoffenheim? Ich sage 2-0 für die Eintracht. Boom. Alles dabei? Gar keine Diskussion. Genau, haben wir alles dabei. Lass mich hier gerade mal mal schnell die Kapitelmarke setzen. Und dann kommen wir in der Tat zu den Nummschwätzern, bevor der Herr Basti hier über Herrn Hopp philosophieren darf, müssen wir natürlich erstmal noch auflösen, wer hat denn letzte Woche überhaupt das Rennen gemacht? Ich sage nochmal, wer letzte Woche nominiert war. Wir hatten Sky, den Weserkurier, Sport1 und Alfred Traxler und gewonnen hat mit 38,2% Sky. Herzlichen Glückwunsch. Zu Recht. Zu Recht. Ja, das ist alle, alle, die hier nominiert sind, sind zu Recht nominiert. Genau, dann gucken wir doch mal, wen wir da diese Woche haben. Herr Basti hat schon angedeutet, hätte da den einen oder anderen? Also ich nehme in den Nagelsmann. Verspätet, weil jetzt aus aktuellem Anlass. Das ist ja schon eine Weile her, aber trotzdem, jetzt, weil wir gegen die Spiele sind, ist mir das wieder in den Sinn gekommen. Für seine Aussage, dass ihm ja diese Flasche, die er geworfen hat, in die Jack hängen geblieben ist, dadurch hat er ihn in anderen Wurfell aufgenommen und dadurch hat er den armen Mann getroffen. Das hört sich an wie ein schlechter Badesalz-Sketch. Also hör mal zu, die Flasche, also folgendes ist passiert, ich wurde die Flasche werfen, da ist sie hier in der Jacke ist die hänge geblieben. Da ist sie dann über das Ding und dann hat sie in einem hohen Bogen ist sie ins Gesicht geflogen. Tut mir leid. Also sorry, Digga, sag einfach gar nichts. Ja. Auch die Reaktion danach, dann hat er danach wieder so Scherze gemacht und so. Ist ja auch nicht schlimm. Ich verurteile das gar nicht, dass ihm das im Affekt passiert ist. Ich wäre wahrscheinlich jemand, mir würde das viel öfter passieren. Was ich bei ihm nur problematisch finde, dass er sonst immer so aussagen tätig, die normalerweise irgendwelche bei irgendwelchen Miss Germany-Wahlen was ist dein was wünschst du dir Weltfrieden? So redet er eigentlich immer. Also dieses der redet eigentlich immer so ein seichtes Zeug und tut immer so als wäre er so der friedlichste Teddybär der Welt. Das macht es ein bisschen merkwürdig und dann wird er danach dann da probiert drüber Witze zu machen. Ich finde ihn einen merkwürdigen Vogel, deswegen nominiere ich ihn hier. Das ist aktuell im Anlass, weil wir gegen die Spiele sind. Grüße. Dann würde ich da, weil es gerade thematisch ganz gut passt, eine Hörernominierung nachschieben und zwar wieder eine E-Mail von einem Hörer. Das E-Mail scheint ein sehr beliebter Kanal bei euch zu sein da draußen und zwar von Karim, der Christoph Schickert den Anwalt von Dietmar Hopp nominiert. Basti atmet schon schwer ein für die Forderung doch in Zukunft bitte keine Spiele mehr anzupfeifen, wenn irgendwelche unfledlichen Plakate gezeigt werden. Basti, your turn. Nee, ich sage dazu besser nicht, sonst dürfen wir die Sendung nie mehr anpfeifen. Nee, sorry. Plakate gezeigt. Ich habe mir eine Spray-Dose gekauft, Herr Peter ist auch da, ich werde auf jeden Fall mit einem Banner nach Hoffenheim fahren. Werde noch nicht verraten, was da draufstehen wird. Aber ich finde es auf jeden Fall eine Frechheit, was dieser Anwalt da fordert. Und ich finde, da gibt es viele Punkte zu beachten. Punkt eins, man muss ja mal festhalten, Dietmar Hopp hat ja offiziell gar kein Amt in Hoffenheim, oder? Ich meine nicht. Nein. Also der ist ja Sponsor eigentlich. Genau. Der hat kein offizielles, formales Amt. Da frage ich mich, warum der DFB sich dazu genötigt sieht, ihn dermaßen vehement zu verteidigen. Das ist schon mal der erste Punkt. Weil es Golfkumpels sind. Ja, eben. Das kann ich nicht sagen. Wenn der Marvin jetzt irgendjemanden anders im Stadion bepöbelt, der mit Fußball nichts tun hat, dann greift der DFB auch nicht ein. Also wenn der Marvin Dieter Bohlen in der Sohn an der Hure schreit, dann wird kaum RTL vor der Türchen und oder der DFB wird den Marvin ermahnen, weil die sagen, das geht so nicht, wir feiern das Spiel nicht an. Der Marvin hat einen Dieter Bohlen. Klar ist es aber was anderes, vielleicht hinkt der Vergleich auch ein bisschen. Ich finde es nur bemerkenswert, dass man festhalten muss, dass Hopp kein offizielles Amt dort hat. Punkt eins. Punkt zwei ist, ich weiß nicht, ob man da nicht ein bisschen differenzieren muss, aus welchen Mündern diese Rufe oft kommen und wir wissen, dass so eine Kurve ist, die ist sehr, sehr unterschiedlich, da gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Personen und da gibt es auch Milieus, sag ich mal, in denen diese Sprache nicht so dramatisch ist, wie es vielleicht in Kreisen von Herrn Hopp rüberkommt. Da muss man auch mal sagen, das ist so ein Sende-Empfänger-Ding. Das heißt, wenn ich fick dich sage, ist es vielleicht nicht so schlimm, wie wenn ein anderer es sagt, weil das bei mir mehr in den Sprachgebrauch aus der Großstadt finde ich nicht so schlimm und wenn jemand Hurensohn sagt, ist das natürlich eine Beleidigung, aber die sieht die wahrscheinlich als dramatisch an, als diejenigen, die das brüllen, weil die das im Alltag auch benutzen. Das ist schon mal der zweite Punkt. Da muss man so ein bisschen trotzdem probieren, zu verstehen, aus welchen, woher manche Fanszenen auch kommen oder einzelne Personen daraus und ich weiß nicht, ob das das rechtfertigt, so zu tun, als hätten wir einen Werteverfall in unserer Gesellschaft, als müssten wir uns alle hinterfragen, wenn solche Rufe kommen. Unabhängig davon, dass die Rufe natürlich nicht ideal sind und ich bin auch kein Fan davon. Wenn die jetzt weg wären, wäre ich auch nicht traurig. Ich würde mir das viel lieber wünschen, dass die Kritik fundierter und subtiler geäußert wird. Nichtsdestotrotz wäre ich mich dagegen zu akzeptieren, dass es einen Anwalt gibt in Deutschland, der mir erzählen will, dass es einen fünften Offiziellen geben soll, der Fankurven kontrolliert und bei Bedarf das Spiel abbricht. Also das ist eine Entwicklung, die finde ich sehr, sehr bedenklich, weil wenn man das weiterspinnt, dann darf es ja irgendwann nicht mal mehr Scheiß Bayern schreien und dann wird sofort das Spiel abgebrochen oder was. Das stört einfach diesen Einfluss, den der Herr Hopp hat und den er ausübt, ehrlich gesagt, weil es gibt auch viele andere Leute, die beschimpft werden, die das eben nicht machen. Mario Gomez hat super reagiert. Der hat es einfach selber gesungen, zack, nimmt er den ganzen Druck aus der Nummer. Ich habe danach nie mehr was davon gehört. Die einzige Konsequenz wäre ja dann, dass du dann halt wirklich eigentlich gar keine Zuschauer mehr ins Stadion lassen darfst, weil wie definierst du denn Fankurve? Wann entscheidest du für welchen Verein dieser Fan jetzt ist? Wann ziehst du den Strich? Dann schreibe ich mich halt mit einem Hauptneinblock und schrei, Fredi Bobic, du so eine Hure, zack, gewinnt ich einfach 3-0. Genau, dann kannst du halt gar keinen mehr reinlassen und dann ist das Thema halt eigentlich auch komplett hin. Also das ist halt auch nicht zu Ende gedacht und halt auch wahnsinnig absurd. Sehr schöner Einwand von dir, René, mit dem Agent-Provokateur. Das ist nämlich wirklich etwas, das kannst du so gar nicht hundertprozentig kontrollieren, ist auch weltfremd und ehrlich gesagt würde ich mir einfach wünschen, dass sowohl die ganze Sippschaft um Hopp alle seine Fürsprecher als auch ja, also gerade die einfach die ganze Sache ein bisschen ruhiger sehen, vielleicht sich darüber gar nicht mehr echauffieren. Ich glaube mit Nicht-Beachtung würden gerade auch ein bisschen die gestraft werden, die es extra provokativ machen. Man kann zu der ganzen Hoffenheim- und Hopp-Sache wirklich sehr, machen wir auch alle, würde ich auch sagen zu Recht, sehr, sehr kritisch der ganzen Sache umgehen, aber ich glaube, man macht es nicht besser, indem wir das Rad immer noch weiter drehen, dass der Schicker, der ja auch durchaus bei der Eintracht bekannt ist und uns auch schon manches Mal geholfen hat, macht es nicht besser dadurch mit, durch solche unausgegorenen Aussagen, das sollte er als Rechtsanwalt glaube ich auch ein Stück weit besser wissen, dass man mit Sachverhalten dieser Güte nur agieren kann, wenn man sich wirklich klar ist, wie man das ausformulieren will und es ist einfach rechtlich total absurd zu sagen. Bei solchen Sachen gibt es entweder, was weiß ich, wird ein Spiel abgebrochen oder irgendwie wird ein Punktabzug. Es gibt ganz andere Themen, ja, es gibt ganz andere Themen in dieser Fußballgesellschaft, auch in dieser Fußballgesellschaft, wo wir wirklich mal über Punktabzug sprechen können, da passiert nichts. So ist es nämlich, ganz ehrlich, ich habe es letztens getwittert, als es rauskam, ganz ehrlich, da wird über Sieg Heil rufe, man wird das unter Tisch fallen zu lassen, aber bei der überhaupt, so in einer Hurs soll das Spiel abgebrochen werden oder was, wenn ich dafür drei Punkteabzug kriege, kriege ich bei Sieg Heil 50 Punkteabzug oder was, was ist das denn? Genau, und auch hier, der DFB hat auch da so viele Probleme, beziehungsweise auch, also gerade so, und nicht nur Ostverbände, wir haben so viele Probleme, auch wenn es um Schiedsrichter geht, Schiedsrichterbeleidigung, Angriff und so weiter und so fort, lasst uns doch mal genau solche Themen angehen und nicht jemand, der wie Hopp ein finanzielles Polster hat, was ihn einigermaßen ganz gut durch den Tag trägt und wenn wir versuchen, wenn wir versuchen, diese Themen irgendwie mal ein bisschen weniger in den Vordergrund zu rücken, dann glaube ich, wird es den ein oder anderen Ruf weniger geben und dann könnten wir uns wirklich auf das konzentrieren, was uns gesellschaftlich weiterbringt, als solche Schwachsinsdebatten. Sorry. Gut, dann haben wir die Hörernominierung von Karim Lang und Breit diskutiert, habt ihr denn noch Menschen oder anderes? Ich habe noch einen Hoffenheim, das passt dazu, ich nominiere Sandro Wagener für zwei Aussagen, da haben wir jetzt die komplette Hoffenheim-Reihe, Themenabend. Der 1899 TSG Hoffenheim Themenabend, hier bei uns im Podcast aus der Grüße Manufaktur. Auf jeden Fall Sandro Wagener einmal für die Aussage, die jetzt an diese Hauptsache anschließt, als er gesagt hat, alle Leute, die das schreien, sind dumm. Und mit dem Argument, das finde ich mein Lieblingsargument bei Hopp, ja der hat doch so viel für die Regierung getan. Soll ich als Frankfurter dem dankbar sein, dass er in der Rhein-Neckar-Region irgendwelche Sachen investiert hat oder was? Also, hä? Und das Schlimme ist, solche Aussagen erreichen zum Beispiel auch meinen Großvater. Jetzt kommt die Rouladen-Beschichte. Ja, der letztens beim Essen mir erzählen wollte, ja Basti, ich kann es nicht verstehen, der hat doch so viel für die Regierung getan. Da fällt mir nichts ein. Was ist das für eine Diskussionsgrundlage? Soll ich dann da stehen sagen, ja stimmt, aber du hast recht, der hat so viel für die Region getan, da kann ich den ja nicht beleidigen. Das fällt mir gar nicht mehr ein. Das ist ja überhaupt kein Argument. So viel für die Region, mir doch scheißegal, was der macht, wie der seinen Tag gestellt ist, mir ist auch egal, was seine Mutter früher beruflich gemacht hat, ehrlich gesagt. Mich nervt trotzdem, dass Hopp diesen unnötigen Verein in die Bundesliga gebracht hat, dabei bleibe ich, weil Hoffenheim trotzdem, unabhängig davon, dass sie natürlich an einer oder anderen Stelle auch gute Arbeit leisten, das will ich gar nicht abschneiden. Mich nervt dieser Verein, weil der dafür sorgt, zusammen mit Wolfsburg, zusammen mit Leipzig, zusammen mit Leverkusen, dass es viele Bundesligaspiele gibt, die für mich sehr, sehr unattraktiv sind. Und ich werde das weiterhin kommunizieren, natürlich nicht auf so drastische Weise, weil das bringt niemanden weiter, weil dann verhärten sich die Fronten, aber man könnte ja zum Beispiel auch mal irgendwie Banner malen oder irgendwie Sprechgesänge kreieren, die eben so fragen, die sich natürlich was 50 plus 1 betrifft oder warum er vom DFB so verteidigt hat, obwohl er kein Amt hat oder warum er an dem Famino-Transfer privat mitverdient hat und so weiter und so weiter und so weiter. Also mehr inhaltsbezogene Kritik. Genau, man kann das nämlich kritisch stellen, weil nur weil es ein paar Brüllaffen gibt, die Hurensohn schreien, heißt es ja nicht, dass es eine Kritik an sich nicht trotzdem berechtigt ist, immer noch, weil die Leute tun auch immer so, als wenn sich das irgendwann auslaufen würde. Ja, das mit Hoffenheim ist doch jetzt mal gut. Nee, ist es nicht, die sind immer noch da und das ist trotzdem eine Art von Wettbewerbsverzerrung, dass ein Verein, ja, meiner Meinung nach trotzdem überdurchschnittlich gesponsert wird, nicht seinem tatsächlichen Markenauftritt entsprechen, sage ich mal, wie auf einem freien Sponsorenmarkt, wo die Sponsoren sich die Mannschaften aussuchen, die viele Kontakte haben in dem Sinne, sage ich mal, und es trotzdem Hoffenheim einfach ein Verein ist, der kam einfach dahin und der hat dann einfach mehr Geld als die Eintracht gehabt und kann quasi der Eintracht Spieler wegnehmen. Da ist natürlich auch so ein bisschen emotionale Bindung bei mir dann drin, warum ich dann sauer darauf bin, genau wie bei Wolfsburg auch, genau wie bei Leverkusen auch, genau wie bei Leipzig auch und ich finde, das soll man kritisieren, da brauche ich mir nicht von Sandro Wagner anhören, ja, aber das darfst du nicht brüllen, dann bist du ja dumm, weil der hat doch so viel für die Regierung getan. Da fällt mir nichts zu ein und das macht mich nur noch mehr aggressiv, ehrlich gesagt. Da habe ich mich dann auch nicht im Griff, weil Fußball ist immer noch auch emotional. Ja, das stimmt. Sagt man auch mal Sachen, die sagt man im Privaten auch nicht so. Wenn mich mein Chef auf der Arbeit stört, dann schreie ich ja nicht, du bist der so eine Hure, sondern dann sage ich, hier können wir mal reden. So, aber im Stadion ist es ja auch dann schreist du das. So, und für die zweite Aussage war diese aufgesetzte, coole Aussage, wenn er in Wembley zwei Tore schießen würde, dann wäre er auch nicht cooler als Müllmann. Sagt derselbe Typ, der sagt, dass Fußballer zu wenig verdienen und über den ich ganz andere Dinge weiß. Und die Leute fallen drauf rein. Also Sandro Wagner ist für mich ein merkwürdiger Typ. Deswegen nominiere ich ihn hier und rundet natürlich dann auch die Riege der Hoffenheim ab. Also, runde Sache, Grüße. Marvin, Dennis, habt ihr noch was? Sonst habe ich noch zwei Hörernominierungen. Nee, ich habe nichts. Also, ich habe auch nichts, nein. Dann einmal noch die Hörernominierung, die gerade eben über Twitter kam. Der Herr Edmiki Rust nominiert Uli Hoeneß. Grüße an den Herrn Rust. Genau, der in einem Zeitungsartikel fordert, dass es Zeit wird, dass türkische und griechische Vereine auch endlich mal ihre Steuern zahlen, damit wir einen faireren Wettbewerb haben. Das habe ich heute auch gelesen. Da muss ich gerade mal lachen. Ja. Okay, cool. Kann man natürlich tun. Uli Hoeneß, Uli, Uli. Das kann er ja nicht ernst meinen, oder? Meint, glaubt ihr, der macht das so ein bisschen so wie ein Troll, oder glaubt ihr, ich glaube das nicht? Ich habe manchmal das Gefühl, der glaubt da echt dran. Ich glaube, er ist wirklich so delusional, also sagt man im Englischen. Ich glaube wirklich, dass Uli Hoeneß erneut die Wahrnehmung seiner selbst und seines Umfeldes in einer gewissen Art und Weise verloren hat. Total Selbstüberschätzung. Ich kann ja, aber auch ein systematisches Wegwischen der eigenen Vergangenheit, also bei allem Respekt, so liegt so auf der Hand, dass so viele Punkte, die er vielleicht auch auf sich genommen hat, die wahrscheinlich in einer wirklich hundertprozentig neutralen Überprüfung vielleicht eher dem FC Bayern zuschreiben könnte, was da für Deals gelaufen sind mit Adidas und so weiter und so fort, drei Fuß, bla bla bla. Also wenn man das alles mal aufrollen würde, ich glaube dann und er dementsprechend sich realistisch verhalten würde, glaube ich, wäre wesentlich ruhiger als bei dem, was er halt jetzt wieder lospoltert. Ich glaube, das hängt wirklich damit zusammen, dass er eine sehr professionelle Art der Verdrängung eigentlich übt. Anders kann ich mir das nicht erklären und diese Aussage ist natürlich auch blanker Unsinn, aber die trifft natürlich auch wieder so einen gewissen populistischen Geist, der natürlich halt auch ganz gut in die Zeit passt halt. Lieber erst mal wieder andere Leute kritisieren. Das lenkt von dem eigenen Unrat, den man so getrieben hat in der letzten Zeit natürlich ganz gut ab. Ja. Manchmal fällt mir auch nichts ein. Das gibt es ja gar nicht. Die müssen erst mal mit den Steuern, das müssen die erst mal richtig machen, so wie ich. Ja. Bitte einen Gefallen, Alter, willst du mich verarschen? Du Würstelhands. Die nächste Form von Betrollung wäre ja eigentlich, wenn Uli Hoeneß nächste Woche noch gibt, dass er jetzt irgendwie eine Steuerberatungsfirma eröffnet. Ich tue ganz ehrlich, die haben, die haben, die haben, die haben, die haben, also finde ich alles, wenn die wieder alles zurückgeholt haben, die haben, die haben jetzt mittlerweile wieder so ein Rentner-Team da. Ja genau, Müller-Wohlfahrts. Die Einheit geht wieder 402 Jahre, das sind die alle zusammen da. Also ich muss echt sagen, Uli, ja, Mull, ja, ich komme echt vor wie in einem anderen Jahrtausend. Da fragst du mich für ihn ernsthaft, welcher Verein sich hier auf alte Tugenden wieder zurückberuft. Also da hättest du auch irgendwie... Fällt dir das ernsthaft nicht ein? Mir ist das eingefallen, ich wollte es noch nicht sagen. Also da kannst du auch einen Zeitungsartikel aus den 90ern rauskrammen, da siehst du die gleichen Leute. Das kann ich. Ich warte nur noch, dass sie den Franz Beckenbau aus dem Bademantel wieder rausholen. Ja, der geht nicht vor die Tür, das kannst du vergessen. Aber nur mal eine Frage, ich meine, also die Nominierung von Hündnis, das finde ich gut, aber mal so eine generelle Frage, was ich nicht verstanden habe, ich habe die Länderspiele ehrlich gesagt nicht gesehen, aber das passt jetzt auch nicht in die Dummschweizer Kategorie, aber so in die Vollpfosten Kategorie, was war denn das? Was haben die denn eigentlich probiert, hier ein Choreo darzustellen? Was war das denn? Das sah aus wie so ein halb abgerissenes Medallion. Was für eine Choreo, aber ich habe nichts mitgekriegt, ich habe es komplett ignoriert. Das habe ich leider auch nicht gewusst. Ich fürchte, das sollte vielleicht, sollte das vielleicht das Logo von der WM sein. Ich habe keine Ahnung. Für die. Weißt du, das war einfach nur ein Kreis mit Gulasch drin. Ja. Also ich suche jetzt bei Google DFB-Choreo Kreis Gulasch. Da bin ich jetzt mal gespannt, was dabei rauskommt. Ich weiß wie viele Dummschwitzer wie am Grindel muss ich auch noch nominieren, habe ich ganz vergessen. Ich bin für den Videobeweis da gar nicht, weil das ist mir zu kompliziert jetzt hier wieder aufzudröseln. Aber Grindel hat tatsächlich im Doppelpass gesagt, dass es keinen Zuschauer-Schwund bei Länderspielen gibt. Um einen Tag später zu erfahren, dass es noch einige wenige Restkarten in Köln gab, um die 20.000. Da will der mir einen erzählen, es gibt keinen Zuschauer-Schwund. Und dann selbst, also wenn man sich auf einen verlassen konnte, dann auf die Professionalität vom Coca-Cola-Fanclub, selbst die schaffen es nicht mehr, die Choreo da richtig hinzukriegen. Wo die sich doch so viel Mühe gäbe da. Ach du liebe. Ach du Scheiße. Also ich habe jetzt hier nach DFB-Choreo Kreis und Gulasch gesucht und das Einzige, was ich, der ersten Treffer, den ich finde, ist ein Bild von einer Choreo des HSV gegen Köln. Grüße in den Norden. Naja, aber also, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich will jetzt gar nicht über Grindel großartig sprechen, aber das klingt so wie, es klingt eigentlich schon gesagt, wie so ein Franz Beckenbauer, der weit und breit keine ausbeuterischen Maßnahmen in Katar gesehen hat. Also, ja, das ist gut. Ich habe ja kein gesehen. Das ist ja auch immer die Frage, wo man hinguckt. Ja, aber gut, das Thema DFB und Nationalmannschaft sind schier unerschöpflich für viel Gags und merkwürdige Sichtweisen. Überraschenderweise, wenn man von denen ablassen will, dann hast du das Gefühl, die wollen nicht, dass wir von denen ablassen, dann machen die noch mehr. Diese ganze Posse da mit dem Videobeweis, das ist ja auch unglaublich. Da können wir ja irgendwann mal darüber reden, wenn wir mehr Zeit haben. Aber passenderweise haben wir den DFB nämlich auch noch mal in einer höheren Nominierung für den Dummschwätzer. Ich würde mich dieser Nominierung auch gleichzeitig anschließen und zwar nominiert von der Emma, der DFB für sein wunderbares Motto zur AEM 2024. Habt ihr mitgekriegt? Ja, im Herzen von Europa, die Schweine. Genau, haben sie ganz kreativ kopiert, aber ganz kreativ. Die sollen uns in Ruhe lassen, wir wollen mit euch nichts zu tun haben. Wir mögen nur uns, raus. Ach du Scheiße, echt? Genau, also der Slogan für die EM-Bewerbung 2024 ist United by Football vereint im Herzen Europas. Da sind sie mal ganz kreativ gewesen und haben mal geguckt, so, was könnte man da nehmen, was ist, ach guck mal hier von der Eintracht und bekommen wir Geld dafür? Ich befürchte nicht. Okay, na gut. Ja, aber hochkreativ, hochkreativ. Also diese Woche ist die Nominierungsliste der Dummschwätzer echt pickepacke voll, da bin ich echt mal gespannt, wer da das Rennen macht in... Vor allen Dingen einer besser als der andere, da gibt es ja nicht mal... Qualität ist da. Ja, ist aber sowas von. Also, die strengen sich gerade alle richtig an, da will alle... Ich kann das teilweise echt nicht fassen, ehrlich gesagt. Sorry, ich betrachte das jetzt hier als kleine Selbsthilfegruppe. Ich weiß nicht, was da erzählt wird. Dass sich Grindel da wie Donald Trump in den Doppelpass setzt und ein... Ganz ehrlich, Marcel Reif hat dreimal echt irgendwie völlig desillusioniert auf den Boden geschaut und durchgeschnauft, weil er gedacht hat, das kann der hier nicht ernst meinen, was der gerade hier erzählt. Das gibt es gar nicht. So müssen sich, glaube ich, Journalisten auf Trump-Pressekonferenzen fühlen. Wenn der offenkundigen Bullshit erzählt, der ganz, ganz mit drei Klicks im Internet nach... zu widerlegen ist und du wirst wahnsinnig. Ich würde da wahnsinnig werden. Ich würde das fertig machen, wenn ich da mit irgendwie ganz nah konfrontiert wäre und der erzählt so einen Dreck. Naja, gut. Nun gut. Nee, es ist genau so. Hier, das mit den Strählen, das machen die nicht. Da willst du mich farschen. Was ist los mit euch allen? Mull. Grüße. So, lass mich ruhig. Genau. Lasst uns kommen zu wesentlich angenehmeren Dingen und zwar die Rubrik der Empfehlungen. Da haben wir auch wieder eine ganze Menge. Wir sollen was machen? Die Liste runter oder machen wir das wieder so schön im Wechsel wie gerade eben? Machen wir es so wieder im Wechsel. Das erste ist etwas, was über Twitter an uns herangetragen wurde und zwar eine Umfrage zur Bachelor-Thesis von dem Herrn Ed Yilmers, BVB. Und zwar geht es dabei, da wird Basti sich auch wieder freuen. Qualitätsmerkmal Zweitkommentator eine Umfrage zur Live-Berichterstattung von Fußballspielen in Deutschland. Habe ich schon gemacht, die Umfrage. Fand ich ganz cool. Genau. Fand ich auch gut. Habe ich auch gemacht. Also, wer mal fünf Minuten Zeit hat, sich Fußball-Berichterstattung im Fernsehen oder Stream oder was auch immer anschaut und ein paar Fragen dazu beantworten. Marc, der ist herzlich eingeladen, hier dran teilzunehmen. Ich hau den Link in die Shownotes und dann könnt ihr da mal die fünf Minuten mit verbringen. Was habt ihr? Ja, das ist mir jetzt kurz vor knapp noch eingefallen und zwar als Basti was mit Trump gesagt hat. Und zwar hat nichts mit Fußball zu tun, ist im Endeffekt eigentlich ein Video von Last Week Tonight. Also, John Oliver aus den USA, der die Trump-Presidency bislang ganz gut zusammenfasst. Sind 24 Minuten, fast 24 Minuten. Aber John Oliver, einer der Top-Comedians, wenn man überhaupt Comedian sagen würde oder Politik, ja, Politik-Comedians, einer der absolut Besten, der wirklich Donald Trump erneut auseinander nimmt. Also, es ist alles, es ist alles traurig. Es ist alles traurig, was in diesen Zeiten im politischen hohen Amt passiert. Aber man kommt nicht umher, um doch ein wenig zu schmunzeln. Das haue ich jetzt gleich mal in die Shownotes und schaut euch das mal an. Ich glaube, es lohnt sich. Ich empfehle am Sonntagnacht noch die Survivor Series zu gucken. Ich habe die immer noch unerschütterliche Hoffnung, dass das eine, endlich wieder ein geiler Pay-Per-View werden könnte. Ja, ich war jetzt so ein bisschen, ein bisschen irritiert über diese ganzen Wendungen jetzt in den ganzen, äh, wöchentlichen Sendungen davor. Ich glaube, mein Euphorie rührt auch daher, dass endlich Jinder Mahal seinen Titel verloren hat. Ja, das war schon sehr wichtig. Das war auch sehr absurd. Nicht Lesnar gegen Mahal wäre natürlich ein Witz gewesen, aber jetzt Lesnar gegen AJ Styles ist natürlich ein Blockbuster. Das ist schon krass eigentlich, ne? Also, das muss ich schon sagen. Eigentlich fast schon zu früh verbraten, ehrlich gesagt. Ja, ich bin auch unsicher, was da passiert, aber, also, ich meine, schon krass. Schon, ja, auf jeden Fall. Ja, was mich ja so ein bisschen, so ein bisschen verwirrt hat, nachhaltig, ist jetzt Kurt Angle und Triple H im Team Raw. Das könnte aber auf was Geiles hinweisen. Meinst du? Da könnte die Fede für WrestleMania 34 entstehen. Ja, das kann sein, kann sein. Ja, okay. Also, es ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Ich bin echt krass unsicher, was da momentan passiert. Ich finde, ehrlich gesagt, es ist so ein bisschen Raw vs. Smackdown so ein bisschen aufgesetzt dafür, dass es wahrscheinlich bald wieder ein Shake-Up gibt, in die anderen dann irgendwie plötzlich doch wieder zusammen agieren. Ja, das irritiert mich auch ein bisschen, aber alleine, dass ich nicht mehr genau weiß, was passiert bei dem Pay-Per-View, reicht mir quasi momentan schon. Ja. Das ist ja schon mal geil. Genau. Das ist auf jeden Fall spannend, sich das wieder anzugucken, das stimmt schon. Dann würde ich gerade thematisch dabei bleiben und würde an dieser Stelle WWE 2K18 empfehlen. Ja, hast du gezockt schon? Ja. Und gefällt dir? Also erst mal, sie haben wirklich so ein bisschen an den Modi gearbeitet. Grafisch ist das echt nochmal eine ganze Nummer besser geworden. Es ist auch vom Spiel her im tatsächlichen Match, finde ich, eine größere Herausforderung als vorher. Die Ladezeiten nerven mich immer noch kolossal. Welche Konsole denn? PS4. Habe ich auch. Ich habe das Spiel auch, ja. Die sind grauslich. Was ich auf der einen Seite irgendwie ganz cool finde, ist, dass du jetzt in diesem Backstage-Bereich wirklich rumlaufen kannst und irgendwie mit Gott in der Welt reden und alles, aber dann hast du erst diese Ladezeiten und dann musst du irgendwie noch die halbe Arena ablaufen, bis du dann irgendwie da hinkommst und dann in dieses Match zu starten. Wenn du dann halt wirklich einfach mal sagst, du hast jetzt eine Stunde Zeit und willst mal irgendwie so drei, vier Matches machen, ist das halt echt fies. Ja. Und auf der anderen Seite, im letzten Teil war es ja noch so, dass du halt eben auch halbwegs schnell irgendwie so an diese Ingame-Punkte rangekommen bist, um deinen Charakter weiterzuentwickeln und da kriegst du jetzt hier irgendwie fast gar nichts. Das ist halt echt. Also da mal Punkte zusammenzukriegen, um da mal den Charakter hochzuleveln, das ist schon so ein bisschen. Ist das auch wieder so was, wo die dann wollen, dass du es kaufst? Naja, die haben ja jetzt noch diesen Online-Modus und du kannst ja auch quasi in diesem Online-Modus spielen und es ist ja jetzt auch so, dass quasi nicht alle Varianten, die du irgendwie so an Kleidung und so weiter hast, direkt freigeschaltet sind, sondern du musst dann, ähnlich wie du es ja auch von FIFA und von anderen Dingern bekommst, quasi mit dieser Ingame-Punkten kannst du dann so Lootboxen kaufen und da sind dann immer so Dinge irgendwie drin. Also klar, da wollen die natürlich auch, dass du da so ein bisschen Kohle irgendwie zusätzlich noch einwirfst. Das ist echt nervig teilweise bei Pro Evolution. Ja. Kannst du auch alles irgendwie freispielen, aber also es macht schon Fun zu zocken, aber diese Ladezeiten dazwischen, die gehen einem halt schon wirklich einfach krass auf den Nerv. Ach nee, jetzt muss ich mir das auch noch holen. Ich hab's auch. Ich hab's auch. Ich find's ganz in Ordnung. Bin noch nicht hundertprozentig cool damit, weil es mir irgendwie, naja, also es gibt ja keinen wirklichen Storyline-Modus. Du hast ja was schon richtig gesagt. Im Endeffekt, der einzige Storyline-Modus ist, wenn du wirklich einen Charakter selber stellst. Ich find's halt schade, dass ich nicht mehr einen Charakter nehmen kann, wie jetzt zum Beispiel Samoa Joe und mit dem halt irgendwie über NXT dann ins Main-Roster kommen oder so. Das find ich ein bisschen schade, dass es das nicht gibt. Ach, gibt's keine Geschichte diesmal? Ja, die Geschichte gibt's nur mit dem Creator-Wrestler, wenn du selber einen erstellst. Also nur mit dem eigenen Spieler. Nur mit mir selber quasi dann machen. Ja, genau, genau. Gibt's dann auch so Fäden-Eingriffe und so ein Kram. Ja, ja, das hast du nach wie vor. Oder das hast du halt im Universe-Modus, wenn du halt alles selber bookst. Das ist auch ganz cool, wenn du dir die Dross-Dazugehörigkeit hast, aber du brauchst halt Zeit. Ich mein, das ist auch in Ordnung, aber das fehlt mir so ein bisschen. Mir fehlt das auch komplett. Ich bin bei Pro Evolution nicht mal richtig reingekommen. Deswegen hab ich das noch so ein bisschen auf meine Wunschliste nach unten geschoben, aber jetzt, wo der René hat mich jetzt irgendwie ein bisschen angefixt. Ja, also es ist auch echt nicht schlecht. Es macht ja bald zwischen den Jahren. Weihnachtszeit ist ja bald zwischen den Jahren hat man ja wenigstens ein bisschen Zeit. Genau. Vormann in Köln Silvester verhält Grüße mal. Oh ja. Ja, also Laune macht's auf jeden Fall. Ist halt immer die Frage, wie viel Geld man dafür dann bezahlen will, was es einem dann wert ist. Das ist meine Hoffnung, dass es noch so ein bisschen runtergeht, ja. Ja, da kommen wir quasi zu meiner nächsten Empfehlung. Es ist ja jetzt, ab nächster Woche ist ja bei Amazon WDL Cyber Week. Da dürfte es ja auch das eine oder andere Spiel günstiger geben. Und da möchte ich auf gleich zwei Dinge hinweisen. Zum einen gibt's ja die Möglichkeit, auch wenn die momentan teilweise so ein bisschen in der Kritik steht, über Amazon Smile quasi auch gemeinnützige Unternehmungen zu unterstützen, wenn ihr da einkauft. Also sie schicken quasi oder geben einen Teil von dem Betrag, den ihr quasi für die Waren bezahlt, dann an diese Organisationen ab. Das ist zwar so ein bisschen fraglich, welche Organisationen da reinkommen, aber man kann ja mal gucken, vielleicht ist ja für den ein oder anderen was passendes dabei. Und was natürlich immer geht, wenn ihr jetzt da auf dieser Cyber Week einkauft oder auch wenn ihr Weihnachtsgeschenke kauft, ist, wenn ihr unseren Affiliate-Link benutzt. Lächeln. Genau, grüße. Grüße. Genau, und dann habe ich noch die aktuelle Folge von Colinas Erben, das hatte Basti ja vorhin schon angeteasert, frecherweise. Die nehmen da ja einmal nochmal so diese ganze Situation um diesen Video Assistant Referee und diese ganze Geschichte mit Gräfe und so weiter so ein bisschen da einfach nochmal sich chronologisch vor und kommentieren das Ganze. Fand ich nochmal eine sehr gute Einordnung des gesamten Kosmos und zeigt einfach nochmal ganz klar, wie sehr sich DFB, DFL, Schiedsrichter und so weiter da gerade selbst auf dieses Abstellgleis manövriert haben. Ja, man muss sagen, Colinas Erben, die sind da immer sehr reflektiert und aufgeräumt und selbst die verzweifeln langsam, glaube ich, und da kann man ungefähr ablesen, was für einen Scheiß auf der DFB ist, ehrlich gesagt. Ja, sehr gut. Also ganz ehrlich, wenn Alex Feuerherr die Worte fehlen, dann muss da schon harter Tobak sein. Sag ich ja, das ist es ja. Also das kann man ganz gut abmessen, was da gerade beim DFB, so im Schiedsrichterwesen auch noch zusätzlich zu allem anderen. Das ist ja beim DFB hast du das Gefühl, da brennt jedes Zimmer und die hocken trotzdem noch in der Küche. Und rauchen dabei. Geht doch aus der Wohnung raus und ruft die Feuerwehr, nö, nö, ich bleibe hier in der Küche sitzen, solange es hier nicht brennt. Ja. Also, naja, egal. Ja, es ist halt schade, man darf schon echt nicht vernachlässigen, das ist, weiß nicht, ob es immer noch der größte, aber auf jeden Fall einer der größten Fußballverband, ich glaube, es ist der größte Fußballverband der Welt und immer noch ein Machtinstrument. Und das Problem ist, dass du mittlerweile einfach eklatant feststellst, dass so vieles beim DFB unfassbar falsch läuft und es reicht nicht, alles schön wegzulächeln. Ja, hier muss wirklich von vorne bis hinten, sei es im Schiedsrichterwesen, wo so viel Schindluder anscheinend betrieben wird, also diese internen Konflikte querelen, diese, also du brauchst endlich mal ein stringentes System, wenn es ums Aufräumen, wenn es aber auch um Bestrafung, wenn du es so nennen willst, geht, wie halt Antisemitismus, Rassismus und so weiter und so fort. Du musst es durchstrukturieren und du musst auch gewissen, gewissen Ausufungen keine Räume mehr bieten und es muss eigentlich großflächig was passieren, um den DFB endlich mal wieder in eine seriöse, zu seiner seriösen Basis zu verhelfen. Ich bin mir ganz bewusst, dass der DFB nicht hundertprozentig seriös war, hallo, Meier-Vorfelder, aber, dass viele in gewissen Zeiten halt eher wegschauen konnten, aber heute in einer Welt, die der DFB übrigens auch irgendwo so gewollt hat, wenn ich mir anschaue, wie clean cut die Nationalmannschaft halt passiert ist und so weiter und auch dementsprechend so vermarktet wird, ja, dann muss ich mir halt auch Vorwürfe gefallen lassen und muss selber dafür sorgen, dass ich hier ein bisschen aufgeräumt werde und das funktioniert halt nicht und das tut mir auch, tut mir nicht weh, ja, aber ich finde es einfach sehr, sehr problematisch und da muss echt was passieren. Ich weiß nicht, was da passieren muss, aber im Zweifel, also irgendwann wird es soweit kommen, dass die Politik irgendwie da eingreift und ich weiß nicht, ob der DFB das so geil findet, wenn dann irgendwann, wenn es dann irgendwann dazu kommt, dass irgendwie die Politik eingreift, keine Ahnung, ich denke, da sollte man dagegen selbstständig mal vorgehen. Sorry. Ja, fast. So, haben wir noch Empfehlungen? Letzte Empfehlung, die ich noch habe, die leider vom Thema her überhaupt nicht da reinpasst, ist die aktuelle Staffel 8 von The Walking Dead. Wer es gerne gucken möchte, Staffel 8 auf Fox Montagabend oder auf Sky Go, Sky on Demand, wie auch immer, was ihr nutzen wollt, die haben momentan wohl die Rechte dafür. Ja, wie so oft an vielen Dingen. Ja, muss ich sagen, war jetzt nie so meins, ich bin nicht über Staffel 1 drüber hinaus gekommen, irgendwie hat es mich nicht gereizt, aber gut, ist halt auch unterschiedlich. Ja, dann haben wir auch eine sichtvolle Liste an Empfehlungen. Da könnt ihr dann mal euch ein bisschen durchklicken, alle Links findet ihr wie immer unter eintracht-podcast.de und da in der aktuellen Folge. Dann würde ich sagen, sind wir auch weit vorangeschritten in der Zeit und jetzt am Ende der Sendung. Wir freuen uns auf ein schönes Endlich wieder Bundesliga-Fußball-Wochenende. Mal gucken, was Sandro Wagner im Interview vor oder nach dem Spiel so von sich gibt. Ich bin mir ziemlich sicher, Basti wird da die ein oder andere Anekdote nächste Woche hier preisgeben. Ja, und ansonsten würde ich sagen, machen wir den Sack zu. Wir melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut. 해, hey, 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 at deadline, plans board, hey, 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 at deadline, settle. Hey, hey, es kann man von Hey, hey, es kann man von Outro Outro